Sie hören eine Information des Podcast-Imperiums. Live aus den Nerd-Studios in Düsseldorf. Wir haben es geschafft. Ed Michaela ist endlich der Kapitän von der Disco. Hier kommt Nerdizismus, die Podcast-Show von Nerds für Nerds. Heute mit Dreck-Nerds. Und hier sind eure Gastgeber. Hier sind Chris und Michael. Herzlich willkommen am Montagabend, 21 Uhr. Hier sind die Dreck-Nerds. Mein Name ist Chris und mit mir dabei Nerdizist Michael zum grande Finale Furioso von Star Trek Discovery Season 3. Und wenn es nicht so schön gewesen wäre, könnte man fast glauben, wir hätten eine gute Show gesehen. Dazu aber später mehr. Sag mal, Michael, für alle, die vielleicht heute, und heute ist es besonders eng im Chat, wir haben übrigens noch gleich was ganz Besonderes mit euch vor, dazu gleich später mehr. Für alle, die heute zum ersten Mal dabei sind, wo könnten sie denn, wenn jetzt Discovery vorbei ist, weitermachen? Ja, ganz einfach, wie ich es immer sage, nerdizismus.de ist the name of the game, denn da findet ihr alles, was ihr über uns rausfinden möchtet, wenn ihr nicht unbedingt eine Google-Suche oder eine Personensuche über uns macht. Nein, da findet ihr unsere Social-Media-Kanäle, unsere ganzen Podcast-Kanäle, wo wir vertreten sind. iTunes, Spotify, bla, bla, bla. Wir haben übrigens bei Spotify eine unglaublich gute Zahl an Abonnenten, möchte ich mal erwähnen. Dankeschön an alle. Da gucke ich einmal, einmal ins Backend. Ja, und alle anderen, die dann auch sonst so dabei sind, können uns gerne auf der Webseite Feedback geben, unter info-at-nerdizismus.de, an unsere WhatsApp-Adresse, die 01525-964-7709. Das ist neben meiner Telefonnummer die einzige Handynummer, die ich im Kopf habe. Was ich hier so oft erwähne, ich habe noch nicht mal die Handynummer von meiner Frau im Kopf, aber diese Handynummer habe ich jetzt im Kopf. Naja, und wer mit uns mitdiskutieren will, und heute haben wir was ganz Besonderes, und das werden wir jetzt in Zukunft auch noch weitermachen, wird Chris gleich sicher nicht noch weiteres zu sagen, kann das heute tun, denn wir werden zur Call-In-Show aller Tele 5, wollen wir euch bei Discord dabei haben. Und zwar nerdizismus.de slash Discord, da findet ihr unsere Discord, könnt ihr euch auch per Web einloggen. Und ja, wer möchte, kann sogar gleich dabei sein. Dann holen wir euch vom Warteraum rein. Aber das sagt Chris bestimmt noch mehr. Ganz genau. Und wie soll das heute vonstatten gehen? Wir haben so ein bisschen unseren üblichen Ablauf. Das heißt, wir werden jetzt Feedback haben, wir werden meinen Recap haben, dann werden wir unsere Diskussion haben. Und im Anschluss würden wir gerne mit euch reden. Das ist eigentlich ganz einfach. Ihr geht auf nerdizismus.de slash Discord. Okay, einen Discord-Account solltet ihr euch derweil machen. Ja, dann kommt ihr auf unseren Discord-Channel. Dort findet ihr einen Sprachkanal, der heißt Wartezimmer. In dieses Wartezimmer geht ihr dann rein. Nicht wundern, ihr könnt dort nicht sprechen und auch nichts sehen. Aber wir sehen euch da drin. Und dann holen wir euch einfach in unseren Call rein. Keine Sorge, ihr könnt eure Kamera auch auslassen. Es ist wie im Grunde genommen bei Domian nur für Star Trek. Ja, und dann könnt ihr uns eure Meinung sagen. Es wäre natürlich toll, wenn da jetzt jemand auch mal mitmachen würde, dass wir hier dann dieses Angebot auch wahrgenommen wird. Probiert es einfach mal aus. Ja, es wäre toll, mit euch mal ins Gespräch zu kommen, auch wenn ihr vielleicht ganz anderer Meinung seid und sagt, sag mal, was glabern die zwei Vögel da eigentlich für ein Kappes? Das ist ganz anders. Ja, ich würde ja immer noch mal gerne mit jemandem sprechen, der nicht nur wie letztens bei Facebook wieder schreibt, ja, ich habe denen voll auf Zug oder einige Male zugehört. Das sind zwei Discovery-Hasser. Wo ich mir so denke, so eine andere Meinung haben ist halt kein Hate. Weißt du, zu sagen, Michael Burnham ist scheiße, weil sie schwarz ist und eine Frau ist. Das ist halt Hate. Oder egal, was Alex Kurtzman macht, ich finde es kacke grundsätzlich scheißegal. Das wäre Hate. Aber der Michael ist kacke, egal welche Hautfarbe und egal welches Geschlecht, weil das einfach Gründe hat. Und das ist, glaube ich, ein bisschen ein Problem, was heutzutage da so um sich greift. Das ist halt alles irgendwie immer gleich Hate. Und das ist halt ziemlich alles. Gut. Naja, man muss es ja schon differenzieren. Also ich muss ja zu Recht sagen, dass Leute, die sagen, es gibt eine Cancel Culture, das ist ja immer das Schimpfwort, was heutzutage benutzt wird. Für mich ist es keine Cancel Culture. Es gibt keine Cancel Culture. Es gibt nur einen Lauf mit der Zeit. Und natürlich gibt es ein paar Randgruppen, wie bei allen Sachen. Gibt es ein paar Randgruppen, die natürlich, dass alle Leute wieder in den Dreck ziehen und diffamieren und Ähnliches machen. Kommt vor, durchaus. Aber viele Sachen haben heute, muss man sagen, einen ganz anderen Stellenwert, als sie zum Beispiel vor etlichen Jahren hatten. Allein gehen wir mal auf das Thema vielleicht von Star Trek weg, damit wir nicht so emotional werden. Vielleicht wird das auch emotional. Kinderlieder. Ich habe ja jetzt ein zweijähriges Kind und wir singen schon ein paar Lieder. Und immer, wenn wir Aram Sam Sam gesungen haben danach, Aram Sam Sam, das ist ein gutes Bied, kommt in der Playlist auf Google Music in dem Album drei Chinesen mit dem Kontrabass. Genau. Jetzt werden alle sagen, ich will wieder Cancel, Katscha, bla, bla, bla. Lest euch mal ein bisschen zu der Geschichte dieses Liedes durch. Und hört euch mal ein wenig den Text an. Und schaut es mal im Kontext der aktuellen Weltlage durch. Dann werdet ihr vielleicht die Gründe dafür sehen, warum nicht alles, was damals gut ist, kritiklos heute übernommen werden sollte. Außerdem drei Chinesen mit dem Kontrabass. Wurde, glaube ich, vorgeschlagen, dass das Sieg so genutzt werden kann, aber dann irgendwie drei Kater mit dem Kontrabass oder sowas dafür genommen wird. Jetzt nur als Gegenbeispiel. Ja, du, alles gut. Ich bin ja grundsätzlich, sagen wir es mal so, um das einfach mal, da könnten wir jetzt auch stundenlang drüber diskutieren. Und sicherlich wird es auch Star Trek-Folgen geben, gerade aus dem TOS-Bereich, die du unter diesen Aspekten dann heute eigentlich nicht mehr gucken können dürfen solltest. Aber dann bist du halt eben bei so einem Punkt, wo wir zwei kleinen Pups-Podcaster da jetzt auch keine Lösung heute haben werden. Weil ich zum Beispiel gucke immer, würde immer noch gerne die Cosby-Show gucken. Und die Dinge übers Elternsein, die in der Cosby-Show vermittelt werden, sind ja nicht schlecht. Jetzt ist aber Bill Cosby halt ein Sexualstraftäter. Hm. Ja, die Message der Cosby-Show ist aber gut. Also wo hörst du an, wo fängst du, wo hörst du auf, ist ein schwieriges Thema. Aber das könnte man für alte TOS-Folgen auf jeden Fall mal machen. Ja. Ich meine, es wird ja auch schon, und das finde ich einen guten Ansatz dafür, man muss es nicht gleich verbieten und nie wieder senden. Aber es gibt halt Aspekte, die mittlerweile überholt sind. Und darauf kann man wenigstens hinweisen, dass diese in Zukunft nicht wiederholt werden. Das heißt nicht, dass so eine Episode schlecht ist. Heißt es ganz und gar nicht. Aber es heißt, dass Aspekte von manchen Episoden einfach überholt sind. Eine Community-Episode, ganz große Community-Serie, eine der besten Episoden, Advanced Dungeons & Dragons, wird leider nicht mehr auf Netflix gesendet, weil es ein, doch leider ein paar Szenen mit einem problematischen Blackfacing gibt, was heutzutage, also man kann darüber streiten, ob es Blackfacing ist oder die Kritik an Blackfacing. Für viele ist es dann einfach direkt Blackfacing. Was schade ist, dass dadurch einfach die ganze Episode verschwindet, obwohl es nur Teile der Episode sind. Naja, du kannst es ja vielleicht wie den Wendler auch auspixeln. So, bevor wir aber zum Philosophie- und Politik-Podcast mutieren, aber ab und zu muss sowas natürlich auch sein, wollen wir in die Feedback-Ecke schreiten. Ja, und was soll ich sagen? Erwartungsgemäß natürlich so ein bisschen ist sie übergequollen. Ich habe, um einfach mal das Stimmungsbild abzufragen, habe ich mal bei Twitter eine Umfrage gestartet und ihr könnt gerade mal jetzt auf unser Twitter-Profil gehen. Da habe ich es auch noch mal retweetet. Da haben aktuell, sieht es folgendermaßen aus. Ich habe gefragt, Times Flying Having Fun But Did You? Your Verdict Upon Star Trek Discovery. It Was Never Better, 7%. Enjoyed It, Most Of It, 33%. It Can Always Get Worse, 24%. Und Shoot Me, Please, 36%. Also, 60 zu 40, die das eher negativ sahen. Erwartungsgemäß war es natürlich mal, und ich sage es wieder ironiefrei, von unseren Freunden Andreas und Sebastian vom Discovery Panel mehr oder weniger genau umgekehrt, was deren Umfrage angeht. Wir haben eine Menge Feedback bekommen. Ja, vertraue nur den Statistiken, die du selbst gefälscht hast. Ja, ja, absolut. Wobei, da ist ja Twitter durchaus, ich wäre jetzt nicht so fälschungsanfällig. Dann haben wir auf Insta ein paar, habe ich mal die Frage gestellt, deine Meinung zur dritten Staffel. Da haben wir verschiedene Meinungen, die reichen von der Frage nach den Turboliften, die wir auf jeden Fall heute noch beantworten sollten. Dann, ich schreibe, ich mag die C-Story um Adira, aber Burnham als Käpt'n, deren Ernst. Die beste Disco-Staffel bisher, am Ende sehr viel Fanservice, aber verspricht eine Planet of the Week Season 4. Dann, der Zeitsprung ist das Beste, was der Serie passieren konnte. Gleich danach, gefolgt von einer anderen Stimme, das Finale war wie die Staffel zu glatt und einfach aufgebaut. Schade, um 950 Jahre später. Dann gab es noch den Kommentar neben ein paar Szenen der Hoffnung und einer interessanten Story, allgemein sehr enttäuschend. Ausbaufähig, aber immer noch die Best-Star-Trek-Serie, aber der Schluss Michael und einfach nur enttäuschend. Also, da ist so ein bisschen alles dabei dieses Mal. Auch die Mails und die WhatsApps etc., da war so eine ganze Menge dabei. Ich greife mal exemplarisch eine längere Nachricht raus, die uns auf Instagram erreicht hat. Da muss ich gerade mal eben raussuchen. Eine Sekunde. Wenn man die Dinge nicht bereit hat. Hier, genau. Da schreibt der Dominik vom Fratzengeballer-Podcast. Liebe Narzissen, ich finde euren Podcast super. Vielen Dank. Ein paar Worte von mir zur Discovery. Discovery gilt als Einstiegsdroge für mögliche junge Fragezeichen Neo-Trackies. Okay, den Begriff kannte ich jetzt auch noch nicht. Auf dem Level scheint das Konzept ja auch wirklich aufzugehen. Ich habe diverse Kollegen, welche ich bereits in die JJ-Filme mitgenommen habe, die zuvor nichts von Track gesehen haben, aber Discovery hat die erst richtig an Bord geholt. Jedoch haben die weder Picard noch Lower Decks noch irgendeine Old-Track-Serie gesehen. Ja, das ist natürlich so ein Punkt. In unserer Wahrnehmungswelt gibt es das ja gar nicht, weil wir kennen halt da eben alles. Wieder ein oder zwei oder dreimal gesehen. Ich müsste mal ein ausführliches Review über Disco schreiben, aber da habe ich sogar keine Lust darauf. Die Serie fällt eigentlich bereits bei der Hauptfigur durch. Und da tut mir, so Nikwa Martin Green, richtig leid. Ich mochte sie in Walking Dead. Aber was die Drehbücher mit ihr anstellen, das ist einfach schlimm. Jedwede Reaktion Michael Burnhams scheint sich durch emotionale Ausbrüche zu zeigen. Das ewige Geheule ist keine Einbildung von Disco-Hatern, sondern eine Tatsache, die zwar in Season 3 etwas besser wurde, aber die Show schafft es in meinen Augen, fast jeden Dialog zwischen den Figuren von schwülstig an mutender Musik begleitet zu zerstören, da fehlt irgendwas. Jeder Bullshit-Dialog scheint etwas Besonderes darzustellen, aber effektiv bekommt der Zuschauer absoluten Dialog-Trash geliefert. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich durchaus ein bisschen bei dir. Vielleicht nicht mit ganz so harten Worten, aber das klingt alles unglaublich pathetisch, aber das ist einfach nur größtenteils Worthülsen. Faith, Destiny, Hope. Naja, denkt man zurück an die Dialoge, die an Patrick Stewart damals sagen durfte, Zeilen, die Bedeutung hatten und die für mich zumindest auch heute noch wichtig sind, muss man ja fast schon weinen. Dann zitiert er ein paar PK-Dialoge. Diese Dialoge wurden präsentiert ohne Bullshit-Untermahlung und die Worte hatten alle Gewicht. Da ist natürlich oft was dran. Also ganz selten waren eigentlich so PK-Zitate, es gab ja eh nicht so viel Musik bei TNG. Also wurde auch, glaube ich, so eine Ready-Room-Szene, wo PK irgendwie die Moral der Folge erzählt, wurde eigentlich auch nicht mit so pathetischer Musik untermalt. Kann ich mich jetzt nicht so dran erinnern. Was ja auch zur Nüchternheit der Serie und zur Nüchternheit der ganzen Geschichte gepasst hat, das war einfach nichts, was von viel Pathos gelebt hat. Natürlich gab es Ausnahmen und natürlich gab es viel Drama, aber ansonsten war, mindestens wo ich mich jetzt bei TNG dran erinnere, vieles eher durch die Raumschiff-Geräusche haben die Atmosphäre gemacht. Nicht umsonst wollen doch Leute sich 48 und zwei Wochen Tage-Videos auf YouTube mit Background von Star Trek anhören. Das stimmt. Ich habe es versucht, mal damit einzuschlafen, aber ich kann das nicht. Das Gepiepse geht mir dann doch auf den Kitz. Also, weiter geht's. Das Traurige an Discovery, da wurden eigentlich interessante Figuren geschaffen, aber die Oberfläche, deren Charaktere, werden nur leicht an der Oberfläche angekratzt. Ich würde gerne mehr von Saru sehen. Auch Stamets kommt extrem zu kurz oder den Rest der Brückengru, von denen ich jetzt spontan nur den Namen Detman nennen kann. Den Rest der Leute, die sicherlich sehr sympathisch rüberkommen, kenne ich nicht mal die Namen. Das stimmt. Also, ich denke, kaum jemand könnte hier die Brückengru mal eben runterbeten, nach über 30 Folgen inklusive dann noch Rang und was die da eigentlich machen. Ich habe jetzt keine Hoffnung, dass die Show besser wird und meine Unlust an Discovery wurde nun so groß, dass ich das Season-Finale noch nicht mal gesehen habe. Gibt's was Gutes? Die Show ist optisch ein unglaublicher Leckerwissen. So gut sah Trek noch nie aus. Und ich schätze den Versuch des Fanservice. Die USS Nock, die USS Voyager, Leonard Nimoy's Aufnahme. Man sah den First Contact Phaser. Die Macher versuchen uns, Altfans, was Nettes zu machen, aber sie verkacken es dann leider doch immer wieder. Die Details sitzen nicht. Da bekomme ich eine Lebenskrise, wenn ich eine TNG-Uniform Season 1 und 2 sehe und der Deep Space Nine Voyager-Kommunikator dranhängt. Warum sitzen die Details nicht? Warum? Und auch dieses Mal gab es wieder, ich greife jetzt mal vor, ein We Fix It in Post. Vielen Dank übrigens, lieber Dominik vom Fratzengeballer Podcast. Gab es ein We Fix It in Post? Denn Tilly war im Trailer oder in den Stills noch in einer roten Uniform zu sehen. Also die graue mit einem roten Streifen. In der eigentlichen Show hatte sie dann aber einen blauen Streifen. Also solche Sachen gibt's dann eben auch. Ja, das war soweit es dieses Mal. Jetzt ein bisschen zur Kritik. Es gibt noch, also zum Feedback vielmehr, es gibt noch eine Geschichte bezüglich den Turboliften als WhatsApp. Da werde ich aber dann später nochmal drauf kommen, wenn wir das Thema mit rund um dieses ganze Turbolift-Drama haben. Hast du noch etwas, bevor ich dann in Medias Res gehe? Nö, an sich könnte ich jetzt zu vielen Dingen hier was sagen. Ich habe jetzt kein Feedback von irgendwem. Aber ich gebe ihm, dem Vorredner nochmal recht. Ich habe jetzt schon wieder seinen Namen vergessen. Dominik. Dominik, da wegen der Brücken-Crew können wir gleich nochmal drüber reden. Aber jetzt denken wir vielleicht an sowas wie TNG. Was für TNG fällt es mir als erstes ein? Habe ich gerade mal nachgeschaut. Reginald Barclay. Erste Mal in Staffel 3 vorgekommen. In sehr prägnanten Episoden. Er war nicht sehr oft da. Aber wir haben uns an ihn erinnert. Ich habe bei Jed Reno, also Tig Notaro, manchmal das Gefühl, dass die halt, die war so einen Tag am Set, dann haben die diese mit drei Einstellungen gedreht und die schmeißen sie so random halt irgendwie in die Folge rein. So kommt mir das vor. Ja, die hat wirklich, sie wurde eingeführt und danach war auch nichts mehr da. Aber dann hat gedacht, okay, jetzt ein neuer Charakter, von dem erfahren wir mehr. Der hat was mit Maschinen zu tun. Der kann Stamets unter Druck setzen. Das war's. Ja, und dann ist sie jetzt halt nur noch für One-Liner da. Genau. Kann sie gut, aber ja, gut. Ja, dann lasse ich dir mal die Bühne gerade. Das ist sehr freundlich von dir. So, steigen wir ein zum letzten Mal für eine Weile. Es wird ja weitergehen mit der Folge 13. That Hope Is You Teil 2. Ein Zeichen der Hoffnung Teil 2. Wir sind gleich wieder an Bord der Kjet. Auf der Saru weiterhin versucht, eine stabile Verbindung mit Sukal aufzubauen. Gerade als Dr. Kalver den Käpt'n an die Strahlenschäden und die schwächelnde strukturelle Integrität des Schiffs erinnert, erscheint Adira im Königin-Popo-Cosplay und mit, surprise, surprise, Grey als Vulkanier im Schlepptau. Da fragen wir uns, wo ist eigentlich der Rest der Drillbande? Warum hat Adira das Heilmittel im Mund? Und warum scheint es fast so, als wären weite Teile der anschließenden Exposition nachträglich vertont worden? So oft wie die Protagonisten mit dem Rücken zur Kamera stehen und aus dem Off sprechen, war das sicherlich mal anders geplant. Ein Umstand, der in dieser Episode kein Einzelfall bleiben wird. Da die Zeit drängt, muss der Ausgang schnellstmöglich gefunden werden. Im Starfleet-Headquarter feuert man aus allen Rohren auf die gekaperte Disco. Gerade als die Disco sich den Weg freischießt, erscheint ein emotional sehr aufgewühlter Stamets im Lagezentrum von Admiral Vance. Doch anstatt einfach schnell rauszubrüllen, Hallo, im Nebel ist unendlich viel Dilizium, faselt er was von Saru und Liebelein und Strahlen und wird Postwänden unter wildem Gezeter abgeführt. Gut, dass es noch Ad Michaela gibt. Ja, die ist auch noch da. Die wird zwar von Osyra erpresst, schafft es aber dennoch, Starfleet dazu zu bewegen, die Disco ziehen zu lassen. Da helfen auch die herbeieilenden Vulkanier im Mini-Mini-Mini-Pixel-Schiffen nicht mehr. Das spielt Fake Gamora Follens in die Karten und sie stiftet Aurelio an, die Koordinaten von El Dilizium mittels Wahrheitsserum aus Bug herauszubekommen. Um die Drohkulisse gekonnt abzurunden, lässt sie zusätzlich noch langsam, wie sich's für einen Bösewicht gehört, die Luft aus dieser Show, äh, dem Schiff. Zurück in der improvisierten Folterkammer sind wir Zeuge eines fachlichen Disputs von Sarah und Aurelio über die korrekte Foltermethode von Bug. Man entscheidet sich für stumpfe Gewaltanwendungen, ein echter Folterklassiker jenseits aller Galaxien, und lässt Michael dabei zusehen. Mit dem guten, alten Okay, ich gebe auf, Trick, kann Super Michael dann doch alle überrumpeln, sich einen Kommunikator schnappen und mit Bug entkommen. In den Lower Decks suchen Tilly und Co. verzweifelt nach dem Plothole, denn die Atemluft wird langsam knapp. Da kommt unvermittelt ein schiffsweiter Ruf von Save the Day Michael, und aus der kryptischen Botschaft Bienenkorb, Bienenkorb, montags keine Spargellieferung, ich wiederhole, montags keine Spargellieferung, kann man nur eins folgern, Warp-Gondeln sprengen und Computer-Kern rebooten. Da wäre dann allerdings noch das Problem mit der Atemluft. Auch das lösen wir mit einem Nebensatz. Dingsbums Washington kann 10 Minuten die Luft anhalten. Sehr clever, lieber Writer's Room. Der Weltrekord, habe ich übrigens nachgeguckt, im Luftanhalten liegt bei 11 Minuten 30, also not bad. Apropos Luftanhalten, der Übergang macht keinen Sinn, aber mir fiel gerade kein anderer ein. Auf dem Kelpischiff bondet Saruso langsam mal mit Sukal an, und er fährt immer mehr über seine Hintergründe und den Burn. Nur den Ausgang zum Holodeck, den gibt's immer noch nicht. Da erscheint erneut der Dementor. Doch anstatt sich dieses Mal seiner Angst zu stellen, gibt Sukal mal wieder Fersengeld. Immerhin er hält dabei die Klappe. Während Saru noch Sukal nacheilt, kommt das Trio in Fanale rund um Liebelein der Lösung etwas näher. Der gute Doc Schlussfolgert, dass Sukals Gene im Subraum auf Subraumebene, mit dem Dilizium verbunden sind, und daher könne er durch seine Emotionen die fatale Welle im Subraum verbreiten. Das klingt jetzt ein bisschen so, wie Spocks Wiedergeburt auf Geonosis, aber okay, ich denke, das ist alles in allem auch nicht besser als der Technobubble, den wir von Chief O'Brien sonst zugehört haben. Also sei's drum, mehr werden wir diese Staffel nicht bekommen. Also musst du Sukal schnell weg vom Planeten. Zeit tut Not, denn lange hält das Schiff nicht mehr durch. Zurück auf der Disco kämpft sich Dingsbums Washington mit der Bombe zur Warp-Gondel vor, während Buck und Michael das übergroße Türenarchiv aus Monsters Incorporated inspizieren. Dazu dann später mehr. Genießen können sie den Anblick aber nicht, liefert man sich doch ein Feuergefecht mit den Sturmtruppen von Ozyra. Als man in die Enge getrieben wird, erinnert sich Master Michael an die Legende vom fliegenden Anakin S. aus M in T und lässt sich mit einem kühnen Sprung einfach fallen und den guten Buck alleine, welcher auch prompt von Sarah gefangen genommen wird. Aber keine Sorge, der gute Sarah hat nämlich auch keine Ahnung von der Absicherung von Gefangenen, lässt sich mal wieder einfach überwältigen und fällt nach einer kurzen Rempelei in die unendlichen Weiten des Aufzugschachtes. Weich landet hingegen Michael auf einem Aufzugdach und humpelt dann auf einmal zum Datenkern, welcher sich in einem ehemaligen Apple-Store befindet. Dort angekommen wartet schon Ernesto Ozyra Blofeld auf Michaela Bond. Man gibt sich etwas auf die Mütze und Ozyra wehnt sich schon als Siegerin, schafft sie es doch Michael in einem Pixelbrei zu ertränken. Kurz dachte ich ja, wir sind sie jetzt los und Michael wird die Siri aus Kalypso. Aber da haben wir uns dann zu früh gefreut. Washington hat es nämlich geschafft, die Bombe zu zünden. Die Disco fällt aus Warp, landet aber dann direkt im Bauch der Stromberg 1. Da wendet sich das Blatt. Der Pixelbrei war nämlich gar nicht tödlich. Warum sollte er auch? Die Phaserschüsse allerdings schon. Und so ist Ozyra nicht mehr. Fehlt noch was? Ah ja, man startet das Schiff neu. Michael wird am Tieren der Käpt'n. Man beamt alle Henchmen von Bord, wirft den Warpkern ab, zerstört die Viridia und springt. Wie? Springen? Ohne Stamets? Jep, der ist nämlich gerade offiziell ausgemustert worden, weil Buck mit seinen Jedi-Käften das jetzt auch kann. Durch gutes Zureden kann man auf dem Dilithium-Planeten endlich zu Sukal vordringen und ihn dazu bringen, das Holo zu beenden. Wir verfolgen in einer Aufzeichnung noch kurz die letzten Atemzüge von Sukals Mutter, am Ende der eigentliche Auslöser für den Burn. Und gerade als man droht, von den Strahlen unschön getötet zu werden, kommt Discovery mit Michaela und rettet den Tag. Epilog Saru nimmt sich ein Sabbatical, um mit Sukal auf Kaminar Sternschnuppen zu bewundern. Zurück im Headquarter erscheint Michael zum Rapport. Kurz schaut noch der Inder aus Folge 1 vorbei, die Trill und die Vulkania und alle sind glücklich. Dann entschuldigt sich Admiral Vance dafür, die Herrlichkeit seiner Heiligkeit Michael nicht schon eher erkannt zu haben, kniet vor ihr nieder und fleht sie an, doch endlich Käpt'n der Discovery zu werden. Vorbei an einem sichtlich angepissten Stamets und einer in der Postpro geänderten Uniform von Tilly erklimmt zu den Klängen der Star-Trek-Verfahrene Kapitänin Michaela I. ihren Ton, greift nicht ins Kaugummi, säuselt leise Let's Fly und entschwindet zum zweiten Stern von links. The End. Sagen wir erst mal, es war ja nur eine Episode, deshalb war dein Recap, hatte ich mich eigentlich auf ein längeres Recap eingelassen, aber irgendwie gut. Ja, also, vielleicht muss man an die Staffel oder zumindestens das Finale so ein bisschen rangehen, wie ich glaube, man heutzutage auch an den Hobbit rangehen muss, an die Hobbit-Verfilmung. Ich habe mir da eine schöne Doku angesehen, warum das eigentlich eine ganz schöne Leistung ist, was die da mit den Hobbit-Filmen gebracht haben, weil die haben wirklich gegen alles gekämpft, was so möglich war und Peter Jackson hat einen Gallenstein oder so während der Produktion bekommen und sie haben es trotzdem geschafft, irgendwelche Filme dahin zu bringen. Die Qualität kann man sich drüber streiten, aber sie haben es geschafft. Wir leben in Pandemiezeiten, wo wir seit fast einem Jahr ein Virus haben, der die ganze Welt terrorisiert, der auch diese Show natürlich beeinflusst hat und das heißt, vieles musste in Postpro gefixt werden, vieles konnte eventuell nicht nachgedreht werden und so haben sie vielleicht sogar das Beste rausgemacht, was sie konnten. Wissen wir noch nicht genau, können wir nicht genau sagen, weil wir kennen ja nicht so viel von der Produktion. Beziehungsweise vielleicht muss man dann irgendwelche Making-ofs dazu machen. Ich gebe denen jetzt erstmal wunderbare Komplimente dafür, was sie in Covid-Zeiten hinbekommen haben und visuell ist das Ganze über alles erhaben. Auch wenn sie wieder ein bisschen in die Lensflash reingehen und ähnliche Spielereien, muss man sagen, Star Trek hat wirklich, wie auch einer von uns gesagt hat, nie besser ausgesehen im TV. Das ist einfach top, was da visuell auf die Beine gebracht wird und ich muss sagen, das Finale hat mich auch nicht so enttäuscht, wie es hätte sein können. Ich war über die letzten Episoden ziemlich wütend, wie man vielleicht auch in den verärgert, nicht wütend, verärgert, enttäuscht. Aber das Finale hat ein klein wenig wieder gerettet. Nicht nur, weil es im Gegensatz zu Staffel 1 und Staffel 2, das muss man jetzt sagen, viel kohärenter war. Also es war nicht ein komplettes Chaos, wie wir in den ersten Finalen hatten. Es hatte eine Stringenz und es sah gut aus und es war nicht nur die tote Pixelmasse, gegen die man gekämpft hat, obwohl wir eine Pixelmasse in dieser Episode hatten. Ja, diese Pixelmasse, die so auch so völlig out of nowhere kam. Aber... Was sollte das jetzt sein? Sollte das eines von diesen materieverändernden Dingen sein, die die ja eingeführt haben, die Staffel? Ich hab keine Ahnung. Ich hab... Ich mein, es sah ja genauso aus oder so ähnlich genauso, aber so ähnlich aus, wie die Grenzen des Holodecks, an die ja Grey kommt. Ja. Das sah ja so ähnlich aus. Das fand ich dann halt auch ein bisschen unglücklich, dass man zwei ähnlich visuelle Effekte sozusagen dafür benutzt, was das... Ich dachte dann auch erst, hä, sind das die Überreste von Control? Irgendwie. Ja, aber dann drückt sie sie ja eigentlich bloß, am Ende des Tages waren das vielleicht einfach nur diese kleinen Würfel, aus denen in dieser Zukunft halt alles besteht. Mhm. Ja. Aber es wurde ja nicht erklärt. Wir wussten ja nicht, was das bedroht ist. Nein, wir wussten überhaupt nicht. Wir wussten überhaupt nicht, was das ist. Also es gibt einige Dinge, da wissen wir schlicht und ergreifend nicht. Also mir kam diese letzte Folge extrem so vor, als wäre die... ziemlich anders geplant gewesen und wurde dann, aus welchen Gründen auch immer, im Schnitt, im Cut, im Editing dann eben noch gefixt. Das war... Also da war so einiges drin. Zum Beispiel, das hatte ich auch in meinem Recap gesagt, als dann Adira... Warum... Kann irgendjemand im Chat mir mal schreiben, warum die das Heilmittel im Mund hat? Also hä? Weil ich glaube, es durfte keine anorganische Masse mit drüber transportiert werden. So habe ich es verstanden. Ach, so wie so die Terminator nackt durch die Zeitschleuse gehen müssen. Ja, ja, ja. So habe ich es verstanden. Okay. Okay, gut. Habe ich nicht... Ich weiß nicht mehr, wieso und warum. Aber das... Okay, dann kam ihr Satz, in dem sie dann so ganz schnell erklärt, ja, ja, ich habe mir den Funk mitgehört, deswegen weiß ich, dass Saru jetzt wie ein Mensch aussieht. Und plus noch zwei andere Sätze von ihr waren... Da war sie mit dem Rücken, da war sie nicht zu sehen. Ich bin 100% sicher, die wurden nachträglich noch eingefügt. Ja, weil es gibt in den Promostills einige Bilder, wo sie zum Beispiel auch Grey umarmt. Das war auch so ein Punkt. Da kommt also dann Grey um die Ecke. Ja, wir haben es vorausgesagt. Da mal auf, wo sind denn die anderen, Klammer zu? Warum nur Grey? Aber okay, Kosten. Und dann tut sie so, als wäre für sie... Ja, für sie ist es völlig normal, aber jetzt kann sie ihn endlich anfassen. Nein, der Erste, der umarmt wird, ist dann Dr. Kalber. So, was? Wieso? Also der? Warum denn der? Ja, das schon so ein bisschen, weil sie ja scheinbar Grey und Adira als E-Kind aufgenommen haben. Was wir ja auch eher in einem Nebensatz erfahren haben, dass sie Adira als Kind... Ja, ja, das ist mir schon klar, aber so rein vom emotionalen Stellenwert hätte ich eigentlich erwartet, dass erst mal Grey und Adira sich onscreen um den Hals fallen und nicht offscreen. Okay. Ja, das hätte ich halt eher erwartet. Und dann kann ja gern der Doktor dann nochmal sagen, ach, schön, dass du da bist. Aber, ähm, ja, genau. Ah ja, der Chat schreibt gerade, dass ja das Holodeck alle Gegenstände verschwinden lässt. Sie konnten in den Folgen davor schon nicht mehr auf ihr Armband schauen, wie schlimm sie gerade verstrahlt sind. Okay, ja, stimmt, habe ich dann vergessen. Aber in dem Moment war es mir nicht mehr klar, warum die jetzt das in den Mund stecken muss. Ist halt wieder mal nur so ein Nebensatz. Ganz genau, 666 PPM. Die Serie besteht aus Nebensätzen. Und an den entscheidenden Stellen, wo ein Nebensatz reichen würde, machen sie keinen. Das ist so. An den entscheidenden Stellen, wo du sagst, mach einfach einen Nebensatz, da kommt der dann nicht. Egal. Okay, also das war die. Ich frage mich ja auch, was in das Thema reinpasst. Ich meine, so eine Discovery ist natürlich nicht klein. Die hat wie viele hunderte Decks und da kann man überall mit dem Aufzug durch. Ich bin immer von neuen Tracks ein bisschen verwirrt durch die Hololifts. Für mich waren Hololifts früher Aufzüge. Ganz einfache Aufzüge, die hoch und runter fahren. Und nicht welche, die wie in einem Sternenkreuzer durch eine Galaxie von Maschinenräumen fliegen. Und das ist hier, ich meine, es wurde so ein klein bisschen durch die J.J. Abrams Filme eingeführt. Da haben wir ja auch dieses lange Rohr-System und andere Sachen. Aber ich verstehe es noch nicht vom Platzbedarf, wie das funktioniert. Also dazu hat uns, ich hatte es eingangs erwähnt, der Benjamin uns eine WhatsApp geschrieben. Wahrscheinlich werdet ihr besagte Szene, also die mit den Aufzügen, aus offensichtlichen Gründen auch diskutieren. Um echt zu sein, wir hatten das schon mal gesehen, war das nicht in dem Short-Track? Also wir haben, oder in der ersten Staffel, wir haben das schon mal gesehen. Und deswegen... Nee, wo Spock und Nummer 1 singen. Da auf jeden Fall. Und ich glaube, wir haben es auch in der Discovery schon mal gesehen. Aber spätestens da haben wir es gesehen. Deswegen war das für mich so, okay, die Dinger sind halt nun mal so. Macht keinen Sinn, aber okay. Ihr werdet wahrscheinlich die folgende Szene aus offensichtlichen Gründen kritisieren. Dazu möchte ich anmerken, dass das in Enterprise etabliert wurde, das im 31. Ich habe noch mal nachgeguckt. Ich glaube, sie sagen 41. Ich glaube, 41. Jahrhundert. Aber die nuscheln ein bisschen. Schiffe gibt, die von innen größer als von außen sind. Also eine TARDIS. Nämlich in Staffel 2 in der Folge die Zukunft. Daher ist es nicht auszuschließen, dass die Discovery bei ihrem Refit ein entsprechendes Update erhalten hat. Das war es auch schon. Ein schönes Gruß, Benjamin. Ja, okay. Aber wie gesagt, die Enterprise hatte das ja auch schon. Die war definitiv nicht gerefitted. Der Chat schreibt ja auch, dass die Discovery kein Schiff aus dem 31. Jahrhundert ist. Also ich sage mal so, ich habe es halt schon mal gesehen. Deswegen war das für mich nur so ein Okay. Aber in dieser Größe hat es mich halt eher an dieses Türenarchiv von Monsters Incorporated erinnert. Ich kann es verstehen, die waren ja ein paar Monate da und die haben ein paar Monate lang das Schiff umgebaut, dass sie jetzt schwebende Gondeln und sowas haben. Klar, vielleicht haben sie es mit reingebracht. Das ist natürlich ein guter Hinweis. Allerdings haben wir auch hier im Kontext keine Vorgeschichte dazu, dass etwas mal in einem Nebensatz in Enterprise erwähnt worden ist. Es ist schon mehr als ein Nebensatz. Es geht schon, eine ganze Folge dreht sich da drum. Also es ist ein Plot-Device einer Folge. Es ist die Folge 19 der zweiten Staffel. Okay, alles klar. Dann habe ich nichts gesagt. Da treffen die auf ein Schiff, das mit Tech ausgestattet ist. Okay, von 900 Jahren in der Zukunft. Also dann doch 31. Jahrhundert, nicht 41. Okay, von mir aus ist Canon. Nur bei denen weiß man halt einfach nicht, ob sie das jetzt sich daran erinnert haben oder ob sie halt gesagt haben, oh, sieht cool aus. Und zufälligerweise gibt es halt im Lore diese eine Folge, die das jetzt weg erklärt. Okay, ja, nee. Dann, ich meine, wer sind wir, der wir uns beschweren, dass die vielleicht auf einen Detail geachtet haben? Eben, vielleicht haben sie ja wirklich drauf geachtet. Also von daher. Aber klar, für den Casual-Zuschauer, der halt jetzt, dann sind wir wieder bei dem Casual-Gucker, der halt das Hintergrundwissen nicht hat, der stutzt. Vielleicht guckt sie es auch weg. Wo ich viel mehr hängen geblieben ist, ist halt bei diesem Anakin Skywalker Gedächtnissprung. Also erst mal, wir springen heute, sorry, liebe Zuhörer, wir springen heute wirklich ein bisschen in der Handlung, aber es ist ja, glaube ich, okay. Also sie haben diesen Hallway-Fight. Okay, ist halt im Raumschiff so. Was willst du machen? Ist ein Hallway-Fight. Ist halt so. Okay. Und dann sagt sie auf einmal, sie hat eine Idee und springt einfach und lässt Buck halt da so einfach alleine. Und dann fällt sie da runter und grabbt sich halt diesen Turbolift, der ihr ja, Gott sei Dank kommt ihr denen nicht entgegen, sonst wäre sie so richtig gesmasht, ja, und landet dann natürlich drauf. Nein, ich dachte so, boah, nee, das ist halt wie Anakin, der aus dem Speeder auf Coruscant hüpft und einfach mal nach unten fliegt, Sagen wir mal so, ich fand das nicht eine der schlechtesten Szenen in Episode 2 war das, ne? Drei, glaube ich so, oder zwei, ja, zwei, glaube ich. Müsst du das nicht? Nee, zwei, weil das ist die Sandfolge. Ja, genau. Gut. Ja, also, sag mal, alles gut, auch, ja, übrigens, ach, das fällt mir gerade mal ein, hatte ich mir eben aufgeschrieben, Luft anhalten, 14 Minuten, Kate Winslet hat für Avatar 2 gelernt, Luft anzuhalten, und zwar 7 Minuten und 14 Sekunden. Okay, ja, wie gesagt, der Weltrekord, der Weltrekord liegt bei 11,30. Ich hab das dann, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, aber ich hab, trainierte Leute schaffen das mehr oder weniger aus dem Stand schon so, also der Durchschnittsmann ungefähr 30 Sekunden bis knapp eine Minute, Marathonläufer ungefähr 2 bis 3 Minuten, so aus dem Stand, mit Training relativ schnell 5, also 11 Minuten, oder 10 Minuten, das kann man mit Training schon schaffen, aber, weißt du, wenn, wir hatten in unserem Jahresrückblick, hab ich, haben wir drüber gesprochen, über die Serie, ähm, What We Do in the Shadows, 4 Zimmerküche sag, und, ähm, wo Dinge in der ersten Staffel etabliert werden, die dann in der zweiten Staffel einen Payoff haben, hätte man in der ersten Staffel irgendwie etabliert, dass ihr aus einer Familie von Perlentaucherinnen kommt, Haken dran, ja, irgendwie so, ja, aber jetzt kam es halt wieder so, verdammt, wir haben, wie hast du es mal gesagt, in eine Sackgasse geschrieben, okay, jetzt ziehen wir halt irgendwas aus dem Hut, ja, 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 das ist, äh, das ist, ich meine, es ist so ein bisschen so, das ist diese Staffel besser geworden, aber, am Ende kommen wieder Sachen auf, die nie etabliert worden sind, die nie angekündigt worden sind, wir haben ein, auch wieder mal auf das Problem, eben das Burn, ähm, es wurde gerätselt, wer kann es sein, sind das die, die nie wahrer gewesen, äh, war es doch die Föderation, die durch ein misslungenes Experiment das gemacht hat, wer ist denn jetzt dafür verantwortlich, und erst in den letzten drei Episoden wird klar, es ist niemand dafür verantwortlich, als ein sehr emotionales Kind, was eine genetische Verbindung zum Delizium aufbauen kann, Ja, hatten wir das in der Art schon von den Kelpianern mitbekommen, natürlich werden, sind die Kelpianer irgendwie, äh, mächtig, nachdem die jetzt nicht mehr klein gehalten worden sind, und sich entwickeln durften, aber, äh, ist das jetzt eine gute Erklärung dafür, dass wir ein universumsbewegendes, ein galaxienbewegendes Ereignis haben, äh, an dem jetzt keiner bewusst schuld ist, und das einfach so aus dem Nichts passiert ist, das ist so, wir haben eine Sonneneruption gehabt, und deshalb ist jetzt alle Technik ausgefallen, ist im realen Leben vielleicht realistisch, aber, äh, ist storytechnisch einfach sehr unzufriedenstellend. Klar, weil da wird halt so ein, so eine riesige Mysterybox aufgemacht, die halt dann kein Payoff hat, was auch kein Payoff... Wir haben kein Chekhovs, wir haben kein Chekhovs Gun. Ja. Wir brauchen die Chekhovs Pistole, die im ersten Akt gezeigt wird, und im letzten Akt, äh, auch benutzt. Ja. Und, ja. Zum Beispiel diese Cello-Musik, die hat ja auch überhaupt kein Payoff. Ja. Oder? Habe ich das, habe ich das vergessen? Die letzten Frage in den Chat, die Cello-Musik, hat die irgendeinen Payoff? Ich hatte ja in einer früheren Folge spekuliert, dass die Frequenz dieser Musik, dass die den Burn verursacht hat, dass die also dann sozusagen, ähm, die, äh, die, die Kristalle, die Lithium-Kristalle zum Schwingen bringt, im Resonanzbereich, bla, pi und peng, und dann, ne, äh, explodieren die deswegen. Und das hätte ich halt gedacht, dass diese Melodie irgendeiner heimlich da, subraumtechnisch ausgestrahlt hat, oder irgendwie so ein Kram. Ich sag mal, am Ende war ja die, die Erklärung, das war ja dann, ich sag mal, Standard-Track, bla, 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 Subraum, bla, 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 Wellen, bla, 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 Quantenverschiebung, bla, 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 Subraum, was auch immer. Das ist ja okay. Das ist eine gute Erklärung für eine Standalone-Episode. Ja, genau. Eine gute Erklärung für Wischiwaschi, Techno-Bubble, Standalone-Episode, was wir ja schon tausendmal in Star Trek bekommen haben. Aber wir reden ja hier von einer ganzen Staffel und von vor allen Dingen einer ganzen Zeitlinie, die dadurch beeinflusst wurde. Wir haben, das denken wir mal an DS9 zurück, wo die Gründer das aufgrund von Hass auf die festen, auf die, wie haben sie die genannt, die Festkörpermenschen gemacht haben. Solids. damit sie nicht von denen mehr ausgerottet werden können und dann selber die Kontrolle haben. Das ist ja ein Grund, das ist ja ein Grund, warum ein weltbewegendes Ereignis stattfindet. Aber ein Grund, warum ein weltbewegendes Ereignis stattfindet, dass irgendwo plötzlich ein Unfall war, wo ein Kind per Zufall eine genetische Verbindung zu einem sehr seltenen Material hat, was nirgendwo vorher auch mal erwähnt wurde. Sei es mal, dieses Zufriedenstellende, ich komme jetzt wieder auf Zufriedenstellende zurück. Es muss erstens angekündigt werden, irgendwie ein gutes Storytelling wird sowas wenigstens in kleinen Hinweisen erarbeitet. Hatten wir vielleicht über die Musik und Ähnliches, das jetzt nicht mehr aufgetaucht ist. Und am Ende kommt, wie Kai aus der Kiste, eine Auflösung. Müsste man jetzt sich wirklich überlegen, weil wir ja auch von der Musik gehört haben, ob das auch einer der Gründe der schnell geschriebenen oder schnell produzierten Episoden ist, dass sie gar keine Wahl hatten, als das jetzt schnell zu implementieren, weil die gar keine Zeit hatten, sich was zu überlegen. Vielleicht, ja. Vielleicht bestand das Drehbuch aus jeder Menge Anweisungen, die da lautete, we fix it in post. Ja, es ist halt einfach, ich meine, wir hatten es befürchtet, dass es am Ende so ein Ei aus der Drehbuchkiste ist und es war halt dann am Ende auch wieder eins. Dass es jetzt kein Superwillen ist, okay. Osirah ist jetzt weg. Diese ganze Endkampfschlacht. Zum Beispiel, da hat doch auch hundertprozentig, dass die Vulkaner jetzt gekommen sind, war ja völlig, also völlig irrelevant. Zumindest, die hast du ja fast gar nicht gesehen. Die waren so klein, die Schiffe. Du hast, du wusstest auch eigentlich gar nicht, ist das jetzt eigentlich, ich habe auch die ganze Zeit gefragt, ist das jetzt eigentlich eine Smaragdkettenflotte oder sind das jetzt die Vulkaner, die da hinterher fliegen? So, hä, wer ist das? Und dann waren die ja auch völlig unerheblich. Ich meine, Gott sei Dank sind die Bene Gesserit-Hexen nicht gekommen und dann noch Köpfen. Ich meine, das waren ja in der letzten Folge, unsere Predictions waren ja die dümmstmöglichen, also das dümmste, was uns einfällt. Von daher gab es auch keinen Roboter-Slapstick. Vielleicht sind wir deshalb auch nicht so enttäuscht gewesen. Vielleicht, ja. Wir sollten uns einfach immer das dümmste einfallen lassen, was uns so in den Sinn kommt und das für bare Münze nehmen und dann kann es gar nicht so schlimm werden. Aber auch die... Ja, aber ich meine, die ganze Auflösung davon ist ja auch so gut. Wir hatten jetzt keinen Oberbösewicht. Osaira ist draufgegangen, hielt jetzt keine Rolle irgendwann mehr, ist jetzt einfach tot. Und was mich sehr irritiert hat, wir sind in einer... Ich weiß nicht, ob der Kurtzman ein Klimaskeptiker ist. Kommt mir so ein bisschen hier so vor. Warum? Wir haben mit Delizium eine sehr rare Energiequelle, die sowieso fast schon aufgebraucht war. Wir hatten 900 Jahre, nee, über 100 Jahre, in denen die Zeit gehabt hätten, eine alternative Antriebsmöglichkeit wenigstens weiterzuentwickeln. Peak Oil ist hinter uns. Oh, während des Peak Oils finden wir eine neue Ölquelle. Da ist der Delizium-Planet. Heißt, Reset, wir können ja Delizium jetzt für die nächsten 100 Jahre noch verbrauchen. Da haben wir noch jede Menge Zeit, brauchen wir uns keine Gedanken zu machen. Kommt ein bisschen für mich eine gewisse Parallele zu den Skeptikern des Klimawandels. Ja, und sind wir ehrlich, wäre so. Oder? Also sagen wir es mal so, am Ende des Tages würde es wahrscheinlich schon auf Elektroenergie dann nur so rauslaufen, aber wenn wir jetzt noch mal Ölquellen finden würden, wo wir sagen, ach, wir haben jetzt noch mal ganz entspannt 50 Jahre Zeit, ja, dann würde die Menschheit die auch bis zum 49. 364. Tag eine Minute vor Schluss nutzen. So wie du deine Abschlussarbeit immer prokrastinierst bis zum letzten Tag, 12 Uhr Abgabe. Ein ehemaliger Kommiliton und guter Freund von mir hat es geschafft, seine Diplom-Präsentation fünf Minuten vor Anfang der Präsentation in dem Präsentationsraum noch abzuschließen und dann fast auf die Minute genau damit anzufangen, wo er das Thema endlich durch hatte. Kann ich extremst gut nachvollziehen. Ich habe in der 11. 12. Klasse mal einen kompletten Aufsatz in Deutsch frei erfunden. Komplett improvisiert und habe nur darauf gehofft, dass es nicht irgendwie einmal, dass der Lehrer nicht sagt, wie war das nochmal ganz am Anfang? Was hast du da geschrieben? Es hat geklappt. Hat geklappt. Es war jetzt nur so eine kleine Short-Story. Aber die habe ich mehr oder weniger komplett improvisiert. Das hast du von einem leeren Blatt Papier abgelehnt. Nein, nein, ich hatte natürlich irgendwas. Ich saß in der vierten Reihe und habe natürlich irgendwas, was da so stand. Also als Dings davor. Aber ich hatte die Hausaufgaben definitiv nicht gemacht und habe dann einfach irgendwas geschwafelt. Ich weiß, ich kann dir nicht mehr sagen, warum. Aber es die Hausaufgabe war erfüllt. Ich hatte irgendwas abgegeben oder irgendwas vorlesen können. Oder fast eine Gedichtsinterpretation oder ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war es völlig frei erfunden. Ich habe mir nur gedacht, der darf jetzt halt nicht fragen, was ich ganz am Anfang gesagt habe, weil das weiß ich jetzt nicht mehr. Jetzt wissen wir, wo die Recaps von Chris ihren Anfang genommen haben. Wahrscheinlich. Das wird es sein. Das wird es sein. Was haben wir denn noch so auf dem Zettel? Bevor wir dann zum Elefanten im Raum kommen, grasen wir erstmal so die anderen Dinge ab. Ja. Buck hat magische Fähigkeiten. Ja. Danke, dass du sagst. Also erstmal, wir haben ein Neu- oder machen wir mit Buck erstmal, genau. Also Stamets ist jetzt entlassen. Buck ist Legolas. Ja. Wieso ist Buck Legolas? Weil Legolas alles kann, zumindest in den Filmen. Hat er doch mindestens eine Megaszene gehabt und dann ist er im Hobbit auch nochmal aufgetreten und hat den Tag gerettet. Und Buck rettet überall den Tag. Ja, okay. Ja, ja, deswegen das, was ich letzte Folge schon sagte, der ist mir nicht ganz koscher. Da war auch wieder irgend so eine kleine Bemerkung ganz am Schluss, als Michael auf ihren Thron steigt. Da sagt er auch nochmal irgendwas. Ich hab jetzt gerade vergessen was, aber da sagt er nochmal irgendwas oder zwischendrin irgendwie, der ist mir nicht ganz koscher, da kommt nochmal irgendwas. Oder sie spricht halt wirklich im Schlaf. Ich bin mir da noch nicht so ganz sicher. Ja, auf einmal kommen die, also nein, die Jedi Power kommen nicht von auf über Nacht heruns herein. Ja, die waren in der ersten oder zweiten Folge nochmal etabliert und dann auf der Folge in seinem Heidermatt Planet nochmal angedeutet. Aber ich hab da niemals eine Verbindung zum Mycel-Netzwerk hergestellt. Also, wo ist das Problem, eine kurze Szene zu filmen, wo der sich dann mit Stamets unterhält und dann sagt, hey, ich hab hier diese magischen Kräfte und ich kann organisches Leben beeinflussen und Stamets dann sagt, hm, vielleicht sollte ich dich mal in die Sporenkammer stecken und mal gucken, was passiert. Und dann geht das halt fürchterlich in die Hose oder klappt nur so halb und dann muss das natürlich dann in dem Moment sich dann konzentrieren und dann schaffen, aber verstehst du? Oder Wunderkind Adira. Ich meine, wir haben noch am Anfang der Staffel gesagt bekommen, wie viel Ahnung die von Technik hat und was sie für Wunderwerke hinkriegen kann. Ihr hätte das doch mal auffallen müssen. Zum Beispiel, vor allem, weil sie jetzt ja nicht nur Technikerin ist, sondern auch noch Heilmittel herstellen kann. Das kann sie also auch noch. Ist auch noch Pharmakologin, Mara Tausendsassa. Wobei, wie gesagt, Adira, Calver und Stamets ja im Grunde genommen noch die Highlights dieser Show aktuell sind. Umso mehr würde ich mir wünschen, dass da halt auch was draus gemacht wird. Ja, bleiben wir beim Stamets. Also Buck kann jetzt auch bringen. Stamets ist sauer auf Michaela. Zurecht, wie ich finde. Absolut zurecht. Bei dem, was sich Michaela immer leistet und ihm dann aber sagt, nee, du darfst jetzt nicht. Ist halt aus der Warte von Michael nicht nachvollziehbar. Ja, andere sagen jetzt, ja, aber die macht doch jetzt eine Wandlung durch zum Sternenflottenoffizier. Ja, okay. Das heißt, in der vorletzten Folge wird sie dann auf einmal einer und macht es dann plötzlich bei The Book bis zum nächsten Mal, wo das Drehbuch es dann wieder nicht braucht. Dann wird er also weggebracht von der Discovery in der vorletzten Folge. Okay, verstehe ich. Und dann kommt er wie so ein durchgeknallter Irrer, wie so ein Picard in heute, gestern, morgen, wie so ein alter Zausel läuft er dann da so in diesen Ready-Room rein, ja. Und statt er einfach sagt, pass mal auf, ich hab gerade einen Planeten voll die Lithium entdeckt, was die wichtigste Info an der ganzen Geschichte ist. Die wichtigste Info. Ja, nee. Ich will zu meinem Liebelein, ich will zu Zaru, ja, dass die den dann abführen und wegsperren, ist doch klar. Ja, gut, das sind jetzt emotionale Ausbrüche, gerade wenn es um jemanden sehr Vertrauten geht. mit, das kann man nicht ganz drin haben. Allerdings, Stamets ist eigentlich nüchtern genug gewesen sonst, um sich aus sowas herauszureden und dann zu sagen, ey, aber das haben wir. Eben. Glaubst du, dass das nochmal ein Thema ist in der vierten Staffel? Also glaubst du, dass dieser Konflikt zu, also glaubst du es, dass das nochmal ein Thema ist in der vierten Staffel? So wie sie es angedeutet haben, sollte es werden. Sie haben es ja filmisch angedeutet. Also hoffentlich haben sie diese Staffel dazugelernt und werden das auch irgendwann auflösen. Also ich sag, es wird wahrscheinlich in der ersten Folge der zweiten Staffel, äh, der vierten Staffel und in der zweiten Folge der vierten Staffel, da gucken sie sich mal an und sagen, ey, sagt dann der Paul zum Mal, zu Michaela, du hattest schon recht damals. Vielen Dank. Man, darf ich jetzt gehen? Gut, Stamets tat mir auch echt richtig leid, er wurde so auf die hinteren Bänke versetzt und hatte keine Wahl, irgendwas zu machen und jetzt ist er noch nicht mal für das, was er konnte, belohnt worden. Ja, ja, also Stamets ist wirklich, ich hab's gerade eben schon gesagt, diese drei sind eigentlich die einzigen Sympathischen da an Bord und, äh, ja, kriegen eigentlich permanent auf die die Mütze, die drei, die tun einem, können einem echt schon leid tun. Ja, äh, Tilly tritt freiwillig zurück und sagt, es kann uns nur einer anführen. Das bist du, Michael, ja, führ uns an. War, war klar, war klar, nachdem wir eine ganze Szene hatten, wo, äh, Tilly recht bekommen hat und Michael sich zurückgezogen hat, muss sie jetzt erst darauf hinlaufen, dass Michael jetzt das Kommando übernimmt. Natürlich, wir haben keine, äh, Sarumair, Tilly ist scheinbar überfordert gewesen. War's ja sogar. Eigentlich hat's, eigentlich hat's das ganz gut hinbekommen sogar. Ich wollt grad sagen, so überfordert war die doch gar nicht. Nein, gar nicht. Die, die haben's, die Crew hat doch quasi den, äh, ja, mit Michael zusammen den Tacke rettet. Das war ja schon eine gewisse kleine Teamarbeit da. Aber ist die Rangfolge nicht so, dass der erste Offizier dann erstmal in Captains Chair übernimmt? Ja, sicher. Ja. Und vor allem die gleiche Crew, die zwei oder drei Folgen vorher noch gesagt hat, Tilly, du bist super, du machst das, sagt jetzt, hey, Michael, du bist super, du musst das machen. Ja. Ich mein, wir haben jetzt, natürlich, es ist ein bisschen schwer zu sehen, einerseits haben wir jetzt den ersten weiblichen Schwarzen Captain. Gut. wären wir sowieso irgendwann hingekommen, wegen der Serie Star Trek Michael Burnham. Wir hatten, glaube ich, schon mal in irgendeiner, wir hatten schon mal in der, in der kurzen Nebenszene. Lower Decks, wir haben noch in Lower Decks die ganze Zeit einen schwarzen weiblichen Captain. Das auch und in irgendeinem Film, glaube ich, auch mal oder bei dir, also es gab schon mal, aber kein Hauptkerl. Sie ist jetzt der Hauptdarsteller, der dann, am Ende haben wir doch wieder einen Hauptdarsteller, der ein Captain ist. Ja. Das wollten sie erst nicht in dieser Serie machen und jetzt haben wir es am Ende doch. Aber das ist ja alles darauf hinausgelaufen, dass Michael das irgendwann übernehmen wird. Das ist nur sehr traurig. Ja, lassen wir uns gleich nochmal darüber reden. Wir haben ja noch ein paar andere Charaktere da. Wir haben ja noch Adira und Grey. Ja, Adira und Grey. Worauf läuft es hinaus? Auf einen Holoemitter? Oder darf sie einmal durchs Mizzel-Netzwerk und wird wie Dr. Kalba aus Pilzabfall wieder erschaffen? Ich verstehe das Ganze nicht, weil es für mich nicht das Trill... Okay, sie ist keine richtige Trill. Sie ist keine richtige Trill, ist völlig in Ordnung. Aber dann ist doch der Ansatz der Trill eher vielleicht einen passenden Symbion, einen passenden Host zu finden dafür und dann die Möglichkeit zu finden, die voneinander zu trennen, damit sie so körperlich wieder zusammen sein können. Und was ist so mit den ganzen Vorgängern von Grey? Das ist ja eigentlich ist so ein Symbiont, ja, die gesammelte Erfahrung der Hosts, die er vorher hatte. Also die gesammelte Erfahrung, nicht nur der einzige, der vorher da war. Und wieso sollte dann nur der einzige, der vorher war, einen Holoemitter bekommen? Und wie wollen die den extra... Die werden eine Erklärung dafür finden. Aber ich finde, meiner Meinung nach geht das an dem... Schraubt das an den grundlegenden Grundsätzen der Trill, so wie sie eigentlich nicht sind. Als ob die Discovery-Schreiber die Trill nicht verstanden hätten oder die Trill nicht verstehen wollen. Gut, man kann was Neues ausprobieren, aber das ist nicht... Sie wollen halt... Ich fand das Spannende an Grey. Also ich finde, wenn Grey jetzt körperlich wird, verliert dieser Charakter eigentlich alles, was ihn interessant macht. Ja. Weil dann wird er eigentlich zur Konkurrenz von Calver und Stamets, die es gerade als Kind angenommen haben, was ja in dem Nebensatz mal wieder so gesagt wird. Und das macht doch Adira unter anderem gerade aus, weil dann dürfte sie auch kein Day mehr sein. Ja. Haben die es im Deutschen immer noch? Ja. Ja, okay. Haben wir noch keine Ansprache gefunden, die genderlos ist. Ja. Und das macht doch den Charakter gerade aus, dass sie so diesen Mein Freund Harvey hat. Ja. Ich fand das sehr sympathisch. Ich mag auch die zwei. Ich finde die zwei jungen Schauspieler super sympathisch. Ich sehe die beiden gerne. Die haben eine tolle Chemie miteinander. Ich kaufe denen das Liebespaar absolut ab. absolut ab. Ich finde die toll. Die sind wirklich herzlich, die zwei. Aber das Salz in der Suppe dieser Beziehung ist doch gerade, dass der eine halt tot ist. Ja, aber no one's ever really gone. Und das ist im Prinzip alles, was von Grey über ist, die Erinnerungen da sind. Und die Erinnerungen sind auch nur eine Projektion der Erinnerungen, die sich der aktuelle Host vorstellt. Also nicht wirklich eine richtige Person. das kennen wir aus spätestens DS9 alles. Haben wir das über die diversen Dexes mitbekommen. Und das wird jetzt komplett auf den Kopf gestellt. Kann man machen, kann funktionieren. Allerdings ist das einfach eigentlich nicht, wie diese Spezies funktioniert. Ich bin offen für was Neues. Aber das geht so an allen Grundsätzen vorbei, die die Trill haben. Naja, es ist für mich so ein bisschen wie der Doktor aus Voyager. Ich fand, der Doktor aus Voyager wurde auch langweiliger, als er dann am Ende ein ganz normales Groove-Mitglied war. Ja, weil Einschränkungen machen es interessant. Restriktionen. Mit Restriktionen kann man arbeiten. Nicht mit Freiheit. Genau. Und als er dann am Ende seine Hololomitte hatte, dann war er halt am Ende wie der Doktor. Ja, ab und zu mal noch ein bisschen lustig hier, da, aber am Ende des Tages war er ab dann langweilig. Und ich habe die Sorge, dass halt Gray dann einfach nur just another random character ist, der im Zweifel dann nochmal sterben kann und bla. Also schade. Ist wirklich schade. Das hätte ich viel, viel besser gefunden, wenn der jetzt, aber gut, er ist ja noch nicht körperlich. Vielleicht schaffen sie es, aber sie werden, es ist, es ist schon so angedeutet. Ja, naja. Und auch hier anstatt, gut, wir haben diese jetzt in dieser Staffel eingeführt, aber trotzdem haben wir weiterhin eine ganze Crew hinter uns, von der wir fast nichts wissen. Ja, ja. Und jetzt wird auch mein Kurtzman oder zumindest der aktuelle Showrunner hat bestätigt, dass Saru ja nächste Staffel wieder zurück sein wird, auch in voller Kapazität. Ich bin mal gespannt, wie sie es machen, weil letztendlich ist das, was er ja bekommen hat, bekommt jetzt, wenn Michael weiterhin Captain bleibt. Das Problem hatten die doch schon am Anfang der Staffel, dass die sich aussprechen mussten, wer jetzt Captain wird und jetzt wird irgendwie Bäumlein Wechseldich so ungefähr gespielt und jetzt wird Saru dann effektiv degradiert, sollte er auf der Discovery bleiben, weil, oder sie machen zwei Captains, das glaube ich nicht. Saru kriegt einen Shuttle und das darf er dann kommandieren. Oder Saru wird befördert, aber wieso sollte ein Admiral dann weiter auf einem Schiff bleiben? Ja, eben, vielleicht wird er auch Admiral anstelle des Admirals und der Vance wird dann irgendwie, kommt dann weg, oder er wird der Chat schreiben, Mr. Stocke wird Botschafter oder Admiral, ja, irgendwie so ein Kram. Ich fand halt, das schöne an Saru war ja, dass wir im Gegensatz zu allen anderen Captains, sogar ein Cisco, der ersten Commander war und dann erst befördert wurde, haben wir eigentlich, jetzt mal Kirk in den JJ-Films mal außen vor genommen, haben wir eigentlich immer erfahrene, etablierte, alte Haudegen gehabt, ja, ob das Janeway ist, ob das Picard ist, ob das Kirk war oder auch Archer, die haben alle schon ihre Karriere hinter sich und das sind dann Kram, die das Schiff, entweder kriegen das Schiff neu, aber das sind keine Frischlinge, so, und Saru hatte für mich ja den Charme, dass er eben Fehler machte, okay, er hat auch teilweise wirklich selten dämliche Sachen gemacht, also, wenn du an so einen Nebel kommst, dann schickst du erst eine Sonde rein und fliegst einfach stumpf da rein und man kann dann auch nicht alles mit Emotionen wegerklären und sagen, ja, aber da waren ja Kelpianer, nee, dafür muss er dann Käpt'n sein und dann eben sagen und auch sein Selbstzweifel und wo er dann eben den Austausch mit dem Admiral hat, das fand ich ja okay, dass er dann sagt, wo der Admiral sagt, pass mal auf, das war jetzt nicht so clever oder mach das mal lieber so, so ist das ja auch im Normale. Er hat sich den Posten richtig verdient. Richtig. Ja. Genau. Er hat sich den Posten Michael wollte ja sogar nicht, okay, das ist das typische Phänomen, du willst kein König sein, John Snow will kein König sein, wird trotzdem in die Rolle reingeträgt, aber wir haben, wir sollten hier ja wenigstens noch eine gewisse Sternflottenhierarchie haben. Ja. Und von daher, er hat sich das verdient, er ist neu da drin, natürlich macht er Fehler, aber das hat ihn ja gerade so nett gemacht, so sympathisch oder mal so anders gemacht, dass er halt eben kein Shakespeare zitierender, allwissender, allweiser Übervater ist, ja, sondern dass er halt eben manchmal auch nicht weiter weiß und dass er halt manchmal eben auch keine Ahnung hat und auch mal eine falsche Entscheidung trifft und mal eine schlechte Entscheidung trifft. Das fand ich ja so toll und ich wäre gerne mit Saru gewachsen. Ich hätte ihn gerne erlebt, wie er wächst von mir aus mit Michael als Ex-O. Von mir aus. Aber jetzt, was machen sie jetzt? Kriegt die Michael die linke und der Saru die rechte Warpgondel und Tilly in der Mitte? Nein, ich gehe stark davon aus, wie gesagt, die Serie ist ja schon in die Richtung gegangen. Ganz am Anfang und hat man es ja schon, war ja sie ja schon bei der ersten Georgiou schon Anwärterin darauf, irgendwann auf eine Käpten-Position und jetzt hat sie sich wieder zurückerarbeitet, das alles zurückerarbeitet. Auch wenn es durch ständigen Regelbruch passiert ist, sie hat es zurückerarbeitet und deshalb muss dann der bestehende Käpt'n jetzt erstmal Platz machen. Kann funktionieren, wenn sie Saru einen zufriedenstellenden Plot geben. Wenn er jetzt selber sagt, okay, ich war nie damit glücklich, ich möchte lieber meinen Emotionen folgen und dann der Botschafter für die Kelpianer sein oder vielleicht der Kanzler auf diesem Schiff werden, haben sie ja auch noch nicht. Ja, aber da würde ich halt diesen Assistenzen, diesen Adjudanten vom Admiral nehmen, diese Lieutenant Hau mich tot, Tante. Das hatte ich in einer der früheren Folgen, haben wir darüber schon mal gesprochen, dass es eigentlich ja clever wäre, dass man dieser in der Zukunft unerfahrenen Crew einen erfahrenen Guide zur Verfügung stellt. Da würde ja sogar noch einen Bucksinn machen, als Nelix sozusagen. Aber wir haben ja jetzt noch ein neues Crew-Mitglied, denn dieser Aurelio, der bleibt ja jetzt anscheinend an Bord. Okay. Ja, habe ich so verstanden, oder? Keine Ahnung, kann gut sein. Wart mal ab, was der Status-Crew in der Staffel 4 gibt. Wollen wir dann mal sehen. Weiß ich nicht, habe ich jetzt nicht, habe ich nicht so verstanden, aber wenn er da bleibt, klar. Ja, muss man mal schauen. Dann haben wir noch einen Punkt, der stand auch schon im Chat, den habe ich mir auch notiert. Kann es sein, dass vielleicht der Föderationspräsident David Cronenberg heißt? Nee, der hätte doch nicht die Befragung da durchgeführt. Meinst du, das ist der? Naja, also mir sind zwei Sachen aufgefallen, die, also erstmal habe ich mich gefragt, was macht der da? Weil wir haben ja darüber spekuliert, hat der irgendwas mit Sektion 31 bla bla zu tun? Da kam ja dann nichts mehr. Gut, da kam ja diese schwarze Batch. Okay, ja, dann ist jetzt aber die Georgiou ja irgendwo wahrscheinlich in der Vergangenheit und ich denke mal, wir werden den Typ dann in der Georgiou-Serie nicht mehr sehen. nee. Also kann er jetzt noch weiterhin Sektion 31 sein? Ich könnte mir aber vorstellen, dass das der Föder, ich bin dabei, ich weiß nicht, wer es gerade im Chat geschrieben hat, irgendjemand hat es geschrieben, 666 PPM hat es geschrieben, ich glaube auch, dass das der Föderationspräsident sein könnte. Okay, aber dann haben sie es bisher noch nicht wirklich angedeutet. Nein, nein, nein. Wieso sollte ein Föderationspräsident Befragungen durchführen? Gut. Ja gut, also wie gesagt, es ist nur eine Vermutung, ja, Mr. Stocker schreibt, nee, der Präsident klärt einen Arzt über Zeitreisen da auf, ja gut, okay, ist auch wieder so ein Ding. Ja, mein Gott, aber bei diesem, in diesem Writer's Room ist alles möglich und von daher muss man mal schauen, ist dir aufgefallen, dieser Nebensatz von dem Admiral, wo er seine Familie anspricht? Das war auch so ein komischer Nebensatz. Ja, ich hatte viel zu tun und hier war es nicht sicher, die mussten dann weg und ich habe mich so gefragt, wo ist es denn, also das ist doch der sicherste Ort von allen, also wenn, wenn, welcher, wenn nicht der? Ob das nochmal einen Payoff hat? Ich weiß es nicht, ich glaube es eher nicht. Mir ist übrigens dann erst durch ein Review aufgefallen, als ich nachgeschaut habe, dass der Schauspieler, der Spieler, der den Admiral gespielt hat, ja auch einer von diesen coolen Rebellen oder wie in die Mumie dabei war, der war einer von den Räumern, von den Beschützern. Der war nicht Imhotep, sondern der war der mit der schwarzen, mit dem schwarzen Umhang von den Säbeltypen, die da versucht haben, Imhotep zu verhindern, dass der wieder aufersteht. Okay, deshalb kam er die ganze Zeit so bekannt vor. Okay, aber das ist doch dann eher dritter Säbelschwinger von rechts, oder? Nein, 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 der war der eine Nebencharakter, der damit das Geheimnis gehütet hat von Imhotep. Okay, ja, der dann Brandon Fraser darüber aufgeklärt hat. Okay, kann sein, ja, wenn das so ist, wenn du so sagst, wird das so sein, kann ich jetzt nicht mehr dran gehen. Ist mir nur so aufgefallen, als ich den Review gelesen habe, und deshalb, ach, ich kannte den irgendwoher, und deshalb kam er mir so bekannt vor. Das nur so nebenbei. Wen haben wir noch? Haben wir irgendeinen Charakter vergessen? Ähm. Außer in Burn in the Room. Ja, PTSD von Detmer ist gone, aber das hat sich ja schon ein paar Folgen aufgelöst, das war's halt dann, also das ist halt dann völlig durch. Ansonsten, ja, Tilly ist ja auch wieder völlig fein damit, jetzt einfach wieder fehnrig zu sein, ist ja auch in Ordnung. Ähm, ich würde dann mit dir jetzt gern noch die zwei Sachen besprechen, und dann nehmen wir die Calls, also könnt ihr euch ja schon mal unter nerdizismus.de slash Discord mal auf unseren Discord schalten, beziehungsweise, wenn ihr noch kein Account habt, schon mal einen machen. Werd dann auch gleich nochmal das Prozedere erklären. Ähm, äh, wollen wir zuerst über Königin Michaela die Erste reden, oder möchtest du zuerst über diesen Vorspann reden, von der, Abspann reden, von dem ich noch nicht weiß, was ich davon halten soll? Bleiben wir in der Reihenfolge und reden erst über Michaela die Erste, oder? Ja. Gut, dann sagst du. Ja, definitiv. Du hast vorhin schon mal gesagt, es war lang angedeutet, und jetzt? Ja, sie hatte halt alles bekommen, was sie eigentlich nicht wollte. Es ist schwierig. Also ich will, aufgrund der Schauspielerin und aufgrund des Backgrounds will ich Michael weiterhin mögen, aber sie ist einfach in diesen ganzen Episoden unglaublich erstens unsympathisch gewesen, durch das, was sie mit Stamets gemacht hat, was sie auch am Ende gar nichts gebracht hat. Hätte sie Stamets auch da lassen können, das war ja auch eine sinnfreie Befreiungsaktion, und sie hat mal wieder den Tag gerettet und hat dann ein Ertrinken in Pixelmasse überlebt, wo eigentlich alle dachten, die wäre jetzt aufgelöst, aber trotzdem keiner weiß, was es jetzt am Ende war. Sie hat mal wieder jemanden getötet, klar, aus Notwehr und ja, für mich ist es noch, es wäre für mich konsequent gewesen, wenn wir am Anfang der Staffel da gewesen wären, dass sie sich emanzipiert hat von der Sternenflotte und von der Föderation, sie hat akzeptiert, dass es es in dieser Zukunft nicht mehr in der Art und Weise gibt, hat auch in einem Jahr die nicht gefunden, während die Discovery die in zwei Tagen gefunden hat und hat sich lange Haare wachsen lassen und hat eine Beziehung mit Book eingegangen, alles wunderbar. Ich hätte es toll gefunden, wenn sie jetzt einen Charakter außerhalb des Ganzen gewesen wäre, trotzdem noch mit der Discovery mitfliegt, um denen diese Welt zu zeigen, aber ihre Position akzeptiert. Aber sie muss ja jetzt scheinbar akzeptieren, dass sie für die Führungsrolle geboren ist. was ihr die Serie die ganze Zeit aufspielen will. Und das ist, es finden, einerseits kann ich die Motivation verstehen, die die Schreiber dahinter haben, wie endlich den Captain's Chair zu geben, die erste schwarze, reale Person, die Hauptcharakter ist und weiblich ist, die einen Captain's Chair bekommt. Wunderbar, haben wir jetzt damit erreicht, hätte aber nur, hätte für mich etwas nachhaltiger sein sollen. Meinetwegen hätte Saru noch eine Staffel Captain sein können, dann hätte er zwei Staffeln auf dem Buckel gehabt und dann hätte Michael sich wirklich das verdient, was sie bekommen hat. Aber sie ist ja, wir haben es ja auch diese Staffel die ganze Zeit gesehen, wiederhin, alle Regeln hat sie durchbrochen, nichts hat sie, an nichts hat sie sich gehalten, weil immer der Michael Way der bessere Way, der bessere Weg war. Und am Ende wird sie dafür gratuliert, obwohl alle vorher noch auf sie sauer waren, weil sie ja den Tag gerettet hat und deshalb müssen ihre Prinzipien und ihre Herangehensweise ja viel, viel besser sein als alles, was alle anderen machen. Was ja wortwörtlich so gesagt wird und ich verstehe, ich verstehe diesen Writers Room nicht, ich verstehe ihn einfach nicht. Ich verstehe nicht, warum brauche ich, wenn ich Michael auf den Käptenstuhl hieven will, von mir aus, warum brauche ich dafür drei Staffeln? I don't get it. Das hätte rein theoretisch, das hätte ja rein theoretisch, hätte das ja schon nach Ende der ersten Staffel passieren können. Sie hat ihren Redemption Arc so ein bisschen und die normale Timeline Philippa ist tot, wir brauchen halt einen Käpten, naja Michael, du hast die Föderation von den Klingonen gerettet, okay, so wie bei Kirk, der halt dann zwar degradiert wurde, aber ja, dass genau das ist, was er ja haben wollte, nämlich sein Kommando wieder haben, so nach dem Motto, hier, dann mach du das, dann hätte man das schon in der zweiten, in der ersten Staffel schon abgehakt. zum Beispiel. Also ich verstehe nicht, warum man dafür drei Staffeln braucht. Wenn ich drei Staffeln dafür brauche, weil ich eine Geschichte erzählen will, weil ich erzählen will, wie die Rebellin Michael Burnham zur treu sorgenden, Statuten einhaltenden Käptentante wird, ja, weil wenigstens beide Sichten sieht, ja, dann ist es halt scheiße erzählt, ja, wenn, wenn das die Absicht war, dann ist es halt scheiße erzählt, weil dieser Charakter hat nur eine Pseudo-Wandlung, der hat eine, eine vom Drehbuch aufoktroyierte Wandlung und zwar immer genau dann, wenn es gerade opportun und passend ist und jeder, jeder, der mit ihr interagiert, sagt ihr nach spätestens zwei Folgen, also wenn du mir das und das nicht gesagt hättest, hätte ich ja das und das nicht gemacht oder sei froh, ich bin ja so froh, dass du mir das und das gesagt hast oder Michael, ohne dich hätte ich das und das nicht gesagt, dass es ja so Menschen gibt, dass eine Tilly zu ihr aufschaut und sie sich von Tilly Ratschläge oder dass Tilly sich von ihr Ratschläge gibt, okay, Haken dran, ja, wir haben ja, dafür ist sie ein bisschen senioriger und Tilly ist halt der Enze, alles gut, kann man ja so machen, aber jeder vom Bettler bis vom, wie heißt es, vom Hofrat bis zum Sandler ist in Österreich, ja, also, guckt auf, auf, zu ihr herauf, sogar der Admiral sagt ihr, ha, dein Weg war der richtige und du hast es gemacht, Buck sagt wortwörtlich go and save the day, in Deutsch nur du kannst uns retten, ja, Saru fragt um Erlaubnis, ob er Captain sein darf, ähm, du kannst das ja, das ist ja so eine Liste, das ist ja so eine Liste und da frage ich mich wirklich ernsthaft, wer der Meinung ist, dass so jemand noch als sympathischer Charakter durchgehen kann, und warum man das nicht mal langsam mal die Reißleine zieht, ja, wäre ja auch fast so, ich meine, wir haben, wir haben ja den, den Breaking Point diese Staffel quasi fast schon gehabt, wo sie ja von allen angekackt wurde, viel hat sie sich jetzt nicht geändert seitdem, oder eine 180 Grad Wandlung hat sie nicht durchgeführt, sie hat jetzt nicht gesagt, okay, ich verstehe, dass Regeln notwendig sind, aber ich bestehe darauf, dass sie manchmal gebrochen werden müssen, haben wir ja nicht so gehabt, sie vereint ja nicht beide Welten, sondern ist weiterhin die Rebellin, und aufgrund dessen, dass sie die Rebellin ist, hat sie jetzt einen Rang bekommen, und auch hier wieder, man hätte ja so schreiben können, meinetwegen dann wäre Saru draufgegangen, oder dann hätte er etwas durchlebt, etwas Verständliches durchlebt, warum er nicht mehr Käpt'n in dieser Zukunft sein kann, und einen anderen Weg geht. Das war für mich jetzt nicht Grund genug, einen Kelpianer nach Hause zu bringen. Ja, im Chat gibt es gerade eine schöne Idee, so ein bisschen inspiriert von dem, was ich gerade gesagt habe, der Limex schreibt, am besten als Ends in Staaten, und jede Staffel handelt davon, wie die nächste Beförderung kommt, von Schiff zu Schiff. Das wäre auch, das wäre auch nicht schlecht gewesen, sowas haben wir auch nicht gesehen. Das heißt, du folgst, vielleicht machen sie sowas ja in Lower Decks, du folgst praktisch wirklich einem Charakter von der Academy über zehn Staffeln, das wären zehn Jahre, so könnte man es ja anlegen, sag ich mal, oder sieben Staffeln, dann sind sieben Jahre, da kann man es, also in zehn Jahren kannst du es definitiv, wenn ich mal der Käpt'n, ja, du schaffst es in zehn Jahren bei der Bundeswehr vom Matrosen zum Kapitän eines kleineren Schiffs. Das ist machbar. Das kriegst du ins Jahr. Ich bin jetzt nicht hundertprozentig Sattelfest bei der Marine, aber beim Heer das Äquivalent, doch, das kriegst du hin. Wenn du beim Bund anfängst mit 18, dann bist du mit 28, kannst du Hauptmann sein und als Hauptmann, das wäre das Äquivalent eines Käpt'n. Okay, nicht das Äquivalent eines Schiffs-Käpt'n, okay, aber das kann man schaffen, lass es 15 Jahre sein. Kann man schaffen. Ja. Kann man schaffen. Ja. Das wäre mal ein interessantes Ding, sowas haben wir noch nicht gesehen. Ja, aber die haben ja jetzt letztendlich, das ist ja leider die Wandlung der Serie, erst sollte es, haben wir immer wieder erwähnt, erst sollte es unter Brian Fuller eine Anthology-Serie werden und dann haben sie den Showrunner gewechselt und sind dann plötzlich ins Serielle übergegangen. Ich glaube nicht, dass die einen riesen Masterplan aktuell da haben, sondern Staffel für Staffel schreiben. Das zeigt ja auch die Kurskorrektur dieser Staffel, dass sie 900 Jahre in die Zukunft gegangen sind. Die reagieren ja eher auf die Kritik der Zuschauer und der Kritiker, als dass sie ihrem eigenen Plan groß folgen. Ja, zum Beispiel. Und die Frage ist ja auch wirklich, da stand ja in einem der Instagram-Posts, war es jetzt wirklich nötig, 39 Jahre in die Zukunft zu fliegen? Also war das jetzt eigentlich nötig? Also hat das jetzt irgendein Mehrwert gebracht? Ich meine, man hätte die Sphäre, die Control ja auch irgendwie anders. Also ich meine, was hat es jetzt am Ende des Tages geändert? Warp-Gondeln treiben jetzt lose am Schiff nebendran. Und alles hat halt jetzt so einen Plötzchen-Look. Und jetzt haben wir quasi den Enterprise-Staat wieder, wo die Föderation zurückgebracht wird. Aber das ist ja auch dann, das ist ja dann letztendlich, wir haben ein bisschen bessere Technik, wir haben ein bisschen anderes Setup. Aber letztendlich ist es dann wieder der wilde Westen, der vereint werden muss zur Zivilisationen. Also der Kreis schließt sich hier wieder und wir haben nichts wirklich Neues dahinter. Also da hätten sie dann auch damals bleiben können und vielleicht in die Vergangenheit zu Archer zurückspringen können, weil Control nicht in der Vergangenheit gewesen wäre, so ungefähr. Ja, da gebe ich vollkommen recht. Bisher die Prämisse, die diese Welt geschaffen hat, die ist leider etwas verhauen worden. Wir haben einen tollen wilden Westen, wir haben einfach keine Möglichkeit, große Sternenreisen durchzuführen. Okay, entwickelt man über mehrere Staffeln neuen Antrieb und lässt den Status Quo so bleiben, der sich langsam entwickelt. Aber jetzt haben wir ja einen Reset-Knopf. Wir haben wieder Delizium, wir haben wieder eine Föderation, die alle vereinen will und wir haben wahrscheinlich nächstes Jahr ein Planet of the Week, wo immer mal wieder ein neues Föderationsglied zurückgeholt oder reingeholt werden soll. Hatten wir ja alles schon. Ja, ja, eben. Also das, aus der spannenden Sandbox 31. Jahrhundert, 32. Jahrhundert, macht man halt jetzt ehrlich gesagt gar nichts wirklich draus. Also das ist jetzt, das könnte jetzt in jeder Zeit spielen. Genau, und es wird ja dadurch unterstrichen, dass sie am Ende einfach nochmal die Toss-Musik einspielen und Lensflair zurückbringen. Ja, das bringt uns dann so ein bisschen auch, und jetzt könnt ihr mal so langsam euch schon bereit machen für nerdizismus.de slash Discord und dann mal so ein bisschen rüber wechseln, schon mal die ersten in den Discord-Channel. Ich sehe schon, zwei sind schon drin, das freut uns sehr. Ich lese es nochmal vor. Dieses Zitat am Ende. In a very real sense we are all aliens on a strange planet. We spend most of our lives reaching out and trying to communicate. If during our whole lifetime we could reach out and really communicate with just two people, we are indeed very fortunate. Frei übersetzt, im Grunde genommen sind wir hier auf diesem Planeten alle Aliens und wenn wir es zu unserer Lebenszeit schaffen nur mit einer Person oder mit zwei Leuten wirklich zu connecten und zu kommunizieren, dann sind wir wahrlich glücklich, glückesegnet, wie auch immer. Und dazu dann die Star Trek-Fanfare und die auszumachen. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, wie ich das werten soll. Gerade eben stand, ich muss es gerade nochmal raussuchen, im Chat hat jemand geschrieben, genau, der Mr. Stocky schreibt, da bin ich mal gespannt, ob das Zitat von Roddenberry am Ende der Staffel ein Eingeständnis der Macher an die Fans war. Ich bin mir, ich bin zwiegespalten. Auf der einen Seite ist das sicherlich ein schönes Zitat und auch mit der Toss-Musik. Auf der anderen Seite fand ich es schrecklich anbiedernd und mein böses Ich in mir will es als ein großes Fuck you gelesen haben. Hier ist unser Roddenberry-Zitat und die Toss-Musik und jetzt halt die Schnauze. Wie hast du es denn empfunden? Ich weiß, dass es auch Leute gab, die haben da mehr oder weniger Tränen geweint. Gab's auch. Ja, für mich hat es keinen Zusammenhang mit dem vorher Gezeigten gehabt. Ich meine, es ist ja schön, wenn man seinen Roddenberry zitieren kann und das zu dem Gezeigten passt. Das bringt dann vielleicht eine Ebene dazu, die wir alle noch nicht gesehen haben. Wunderbar. Aber was hat das jetzt mit dem vorher Gezeigten zu tun? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Ging es in dieser Staffel um Communicating und Connecting zwischen zwei Leuten? Bei Calder, Adira und Stamets? Okay, ein bisschen. Ich meine, im übertragenen Sinne wäre es vielleicht die Zusammenkunft der einzelnen Welten in der Föderation gewesen. Es wäre das Reconnecting gewesen, also das Zurückfinden in die Kommunikation miteinander. Und das reicht schon, wenn zwei Leute, wenn einfach nur zwei Leute miteinander reden. Aber dann hätte man noch darauf hinarbeiten können, dass es doch vielleicht einen Frieden zwischen der Emerald Chain und der Föderation gibt. Aber das war jetzt auf vielleicht kleine Aspekte in dieser Staffel bezogen. Aber das große Ganze hat sicherlich nicht miteinander verbunden. Das ist auf jeden Fall nicht die Message, die mir aus dieser Staffel hängen geblieben ist. Ja, also sehe ich ganz genauso. Ich habe da auch dieses Zitat gelesen, da hat man gesagt, was hat jetzt das damit zu tun? Also das hätte ich eher noch bei Picard verstehen können. Irgendwie, da hätte ich es mir noch irgendwie so die Synths reden, connecten mit den Menschen oder so. Irgendwie so ein Kram. Oder als Intro für die nächste Staffel, um uns darauf vorzubereiten, dass es ja um Verbindungen geht, neue Verbindungen zu schaffen. Aber hier wurde ja einfach nur letztendlich eine, wir sind weiterhin in diesem vorherigen Statusquote. Bösewicht gibt es in dem Sinne nicht mehr, aber wir sind weiterhin in einer Welt, die noch nichts zurück zueinander gefunden hat. Ja, im Chat steht gerade, könnte es vielleicht eine Anspielung auf Kurtzman versus the fans sein. Keine Ahnung. Wäre mal interessant zu wissen. Ich weiß halt nicht so ganz genau, was sie mit dem Zitat einfach sagen wollten. Ich habe es einfach nicht, ja, Carmen, vielleicht wollten sie sich da mit den Segen von Gene Roddenberry abholen. Dann darf ich auch an der Stelle nochmal anmerken, dass sie den Crewman, der die Überreste von Control weggewischt hat, Gene genannt haben. Ja, also, ne, das, ich meine ganz ehrlich, warum nenne ich den Gene, ja, den Typen, der mit dem Mob gerade die Überreste von Control aufwischt, ja, warum nenne ich den Gene? Den hätte ich auch Hans nennen können oder Julius oder keine Ahnung was, aber ich nenne ihn doch nicht Gene. Deswegen kann ich darin ehrlich gesagt nur schwierig irgendwie so eine Hommage sitzen. Ich würde mal sagen, wir fangen mal an, gucken, wie viel ein, warte einer, wir haben ein bisschen lang gequatscht, deswegen sind zwei aus der Warteschlange auch schon wieder raus. Ja, wir üben noch ein bisschen, was das Timing von Calls angeht. Ich würde mal sagen, wir nehmen mal den ersten Anrufer rein und alle weiteren, die noch Bock haben, mit uns zu sprechen, die dürfen natürlich jederzeit gerne reinkommen unter nerdizismus.de slash Discord. Ich habe den Link gerade eben nochmal in den Chat geschrieben, meldet euch an und wir fangen an mit Ranger Arma 3. Wir ziehen dich mal hier. Wundert euch übrigens nicht, das müssen wir sagen, wir haben hier einen Delay. Also ihr werdet das hier erst sehen, wenn ihr schon reingezogen seid. Ganz genau. So, hallo Ranger, du bist da, ich grüße, wir grüßen dich, schönen guten Tag, hallo. Ja, wo kommst du her, wie heißt du, was ist deine Frage oder deine Meinung zur Discovery? Also ich komme aus Kassel, aus dem wunderschönen Kassel. Heißt aber nicht Jana. Nee, nee, zum Glück nicht, ich habe auch zum Glück nichts mit der zu tun. Das ist jetzt so ein Ding, wenn man sich jetzt vorstellt, dass man aus Kassel kommt, wirst du gleich mal erst mal auf Jana aus Kassel angesprochen, ne? Ja, normalerweise denkt man so, ja Kassel kennt man aus dem Wetterbericht, aber nee, Jana hat es geändert, Dankeschön. Danke dafür. Es gibt übrigens auch eine Jana aus Tennessee. Oh, okay. Ja, die war jetzt bei dem Sturm aufs Kapitol da, die heult dann in die Kamera, die haben mich mit Tränengas vollgesprüht. Ja, was wollten sie denn da? Wir wollten Revolution machen. Ja, und jetzt bin ich mit Tränengas voll. Wenn das die Leute der französischen Revolution gehört hätten. Ja, allerdings, allerdings runter mit dem Kopf. Ja, deine Meinung zu Discovery? Ja, also ich bin irgendwie ein bisschen unzufrieden mit der Staffel. Also ich habe mir irgendwie mehr erwartet. Es war ja mäßig für mich so eine kleine Dystopie, dass die Föderation zusammengebrochen ist. Es war eigentlich ganz spannend. Ich fand es schade, dass sie nicht irgendwie nochmal auf den Aspekt Erde mehr eingegangen sind. dass die Erde vielleicht nochmal eine Rolle spielt in der zukünftigen Staffel. Also in dieser Staffel hätte die Erde ruhig nochmal eine Rolle spielen können. Einfach weil es der Föderationshauptsitz war über Jahrzehnte. Über Jahrhunderte kann man wohl eher sagen. Ja, und weiß ich nicht. Und ich fand es auch ein bisschen schade, dass sie die Konflikte, die es ja am Anfang gab zwischen der Pilotin und der Gott, jetzt fällt mir da noch. Also die am Ende die Discovery schön gerettet hat mit ihrem 10 Minuten Luft anhalten. Washington oder Washington. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, wie man die genannt hat. Ich sage immer Washington, aber ich weiß auch nicht genau. Dass man den Konflikt nicht nochmal näher ausgearbeitet hat. Das war eine Folge, wo man gemerkt hat, okay, da ist irgendwas am Rumoren. Und in der nächsten Folge gab es diesen einen Ausbruch und da war wieder alles top. Das fand ich einfach sehr schade, muss ich sagen, dass so Konflikte oder Personen einfach, wie ihr es ja auch gesagt habt, dass Konflikte oder Personen nicht dargestellt wurden oder weiter ausgebaut wurden. Und was ich auch echt schade fand, und ich meine, die ganze Crew wurde als Geisel genommen. Das sind, weiß ich nicht, wie viele Leute sind auf der Discovery. Wisst ihr das? Nee, aber ich würde mal sagen, 150 sind das bestimmt, oder? Ja, aber nur 15. Sie sieht doch immer nur 15. Ja, man sieht immer nur 15, aber es sind eigentlich schon mehr. Kann doch nie mehr sein. Ich frage mich, wenn auf allen anderen Decks die Lebenserhaltung ausgeschaltet wurde, sind doch die anderen 150 Leute mindestens genauso am Arsch. Und ich frage mich so, wo sind die anderen Crewmitglieder? Ich fand es halt so schön, dass zum Beispiel in Voyager oder in, oh Gott, in The Next Generation so ein Versammlungsort gab, wo du auch mal Crewmitglieder gesehen hast, wo es auch mal Interaktionen gab. Das gibt es irgendwie viel seltener. Nur noch zwischen diesen 15 und so denkst du dir, ja gut, die anderen Crewmitglieder gibt es nicht. Ja, da finde ich es so ein bisschen schade. Laut Memory Alpha kann ein Schiff dieser Klasse bis zu 300 Personen aufnehmen. Ui. Also von daher ist die Frage, wo sind die denn? Nee, stopp, da habe ich mich falsch verlesen. 300 verschiedene wissenschaftliche Arbeiten. Moment mal, Besatzung. Nee, das steht da ehrlich gesagt gar nicht. Das wird mir irgend so großartig gesagt. Wie viel? Ich meine mich dunkel zu erinnern, dass irgendwann mal sowas wie eine Zahl so um die 150 fällt. Wie viel hat denn hier, Chat, ihr wisst das doch, die Ur-Enterprise, die hat glaube ich 400 Mann, ne? Genau. 400 Mann Besatzung. Die hat 400 Mann. Und die Discovery ist kleiner. Also da kommst du mit 150, 150 kommst du schon hin. Aber mal runter. Und wie viele Leute, weiß man, es wurde ja auch nie gesagt, wie viele Crew-Mitglieder jetzt mit in die Zukunft geflogen sind. Ich habe eine Theorie, dass vielleicht, dass sie den Sprung in die Zukunft jetzt gemacht haben, um zu sagen, ja, die Discovery ist so ein modernes Schiff geworden, dass sie jetzt nur noch mit Minimalbesatzung fliegen kann. Mit 16 Leuten, 20. dass die anderen 150, sagen wir mal, woanders eingesetzt werden können. Das ist ja so eine Theorie, was sie im Weiter-Zoom vielleicht sich ausdenken. Ja. Schön, wenn sie es sich ausdenken, aber wenn sie es nicht andersweise zeigen, ist das mal wieder wie die Hose gedacht. Naja, oder es waren halt am Ende dann doch nur die, die wir in der letzten Folge der zweiten Staffel einfach gesehen haben. Da standen ja die 10 People rum. Ja. Inklusive noch Fakesbock. Und der ja dann weg ist. Und dann waren es vielleicht am Ende wirklich nur die, wobei, nee, im Maschinenraum hüpfen ja schon mal welche im Hintergrund rum. Ja. Ja. Das stimmt. Im Maschinenraum hüpfen schon ab und zu mal welche rum, aber das Schiff ist allgemein sehr dünn bevölkert. Also, wenn du früher, so bei TNG, da liefen halt immer welche von rechts nach links. Ja. Das ist, das fehlt natürlich an der Stelle. Was erhoffst du dir für die nächste Staffel? Ja, also ich fand es ganz cool, dass sie jetzt am Ende nochmal wirklich die harte Enttäuschung, also dass es wenigstens jetzt eine Person gibt, die richtig hart angepisst auf sie ist, auf Michael, der Stamets, dass sie den nochmal gezeigt haben, okay, der ist nicht so happy, dass die jetzt, ja, sagen wir mal, Captain wird. Er war ja nicht so begeistert, auch von ihrer Aktion, dass er sie, dass sie ihn einfach in die Luftschleuse rausgeschnallt hat. Und ja, ich würde mir wünschen, dass der Konflikt, sagen wir mal, nochmal ausgebaut wird, vielleicht mehr als nur in einer Folge, weil ich kann mir gut vorstellen, dass der Stamets durchaus hart verletzt ist von ihrer Aktion und denke ich auch, irgendwie vielleicht auch ein Konflikt in der Crew vielleicht aufstellen könnte, aber ich möchte den Writern jetzt nicht zu viel zumuten. Und was ich mir tendenziell wünsche für die neue Staffel, ist einfach, wenn sie jetzt eine Planet of the Week Staffel machen sollten, wäre es ganz cool, wenn sie halt wirklich mal mehr, nochmal mehr Diplomatie reinbringen würden, die sich nicht nur so um Michael rangt, also so Michael zentriert, sondern sich einfach auch mal ausweicht auf restliche Crewmitglieder, sagen wir mal, oder auf die Brückencrew, dass ein Teil der Brückencrew auch noch mit dabei ist, sagen wir, wie ein Kanzler zum Beispiel, dass jemand geht wie ein Kanzler und mitkommt und diplomatische Prozesse überwacht und protokolliert und einfach dabei ist, dass nicht nur Michael ist, die da hingeht und sagt, oh, ich rette mal wieder den Planeten, oh, super, wir haben ein neues Föderationsmitglied, das ist natürlich, also das wäre ein Wunsch von mir. Nee, die nächste Staffel wird hundertprozentig so sein. Wir haben Michael als Käpt'n, sie muss jetzt erst mal die ganzen Sachen lernen, die ein Käpt'n machen muss, was Saru jetzt nicht lernen durfte und dementsprechend gehen die Probleme weiterhin um sie, wie sie mit ihrer aktuellen Situation als Käpt'n klarkommt und am Ende wird sie zum Admiral. Das wäre klasse, das wäre super. Wir werden einfach eine Admiral-Staffel haben, wo die Frau immer am Schreibtisch sitzt. Das wäre natürlich. Oh ja, ja, ich meine, da kann sie vielleicht am wenigsten Schaden anrichten. Dann werden wir mal gucken. Ja, das wäre doch top. Vielen Dank für deinen Beitrag. So, wir wollen mal gucken, ob noch jemand, gerade eben waren noch so drei, vier Leute, vielen Dank nach Kassel, vielen Dank fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal. Gar kein Problem. Ciao, tschüss. Ciao. Ähm, so, ähm, so, wir gucken, möchte noch irgendjemand mit uns sprechen? Gerade eben waren noch ein paar im Warteraum gewesen, die, ah ja, hier, Real David, Real David, du bist drin. Hallo, Real David, wie? Wo kommst du her? Wie geht's dir? Hallo, Hallo, hörst du mich? Hallo, ja, wir hören dich, hallo. Ja, halli, hallo. Prima, mit wem sprechen wir, wo kommst du her? Hi, David, mein Name aus der Nähe von Bonn. Hi. Willkommen. Schönen Gruß an euch. Deine Meinung, Dankeschön, deine Meinung, deine Frage zu Discovery. Ja, du hast ja in der letzten Podcast-Folge schon eins meiner Statements vorgelesen und auch zu Recht kritisiert. Ich muss sagen, die ersten zwei Staffeln fand ich grandios schlecht, muss ich wirklich sagen. Ich fand es, schlechte Geschichten, die Charaktere, die gute Ansätze hatten, schlecht ausgeschrieben und war dann positiv überrascht, dass man einen klaren Schnitt gemacht hat, gesagt hat, wir verschieben das Ganze jetzt mal in die Zukunft und können dann auch mal frische Storys erzählen und alte Töpfe abschneiden. Das Ganze ist dann natürlich jetzt wieder ein bisschen, ein bisschen, vor die Wand gefahren worden, meiner Meinung nach. Also wir haben jetzt wieder wirklich seltsame Geschichten zwischendurch gesehen, was das Spiegel-Universum jetzt, das jetzt gegen Ende der Staffel nochmal aufgetaucht ist, sollte, hat sich mir eigentlich gar nicht erschlossen. man hätte so tolle Geschichten schreiben können, so ein schönes Worldbuilding wieder betreiben können, indem man, was ihr ja auch zwischendurch vermutet hatte, jetzt von Planet zu Planet springt, wenn man einfach die Föderation wiederherstellt, wenn man versucht, da wieder ein bisschen Tiefe in das Universum reinzukriegen, aber alles wird nur meiner Meinung nach schnell, schnell und oberflächlich angekratzt und für irgendwelche kurzfristig emotionalen Momente geopfert, denen aber der Tiefgang wirklich vollständig fehlt. und man kann jetzt hoffen, dass in der nächsten Staffel das wieder ein bisschen mehr Tiefgang, ein bisschen mehr, ja vielleicht auch langsameres Vorangehen bekommt, das Ganze, aber ich bin da eher skeptisch. Es ist ja jetzt so in dieser Staffel gewesen, in der Tat, also man hatte eine wunderbare Prämisse, hat sich auch in zwei Episoden Zeit gelassen, hat sich dann ganz viel Zeit gelassen, um sich mit Nebengeschichten zu befassen und dann, ach ja, wir hatten ja dann noch so einen Burn, der muss nochmal in drei Episoden abgekappt werden, so ungefähr, anstatt auch hier wieder das perfekte Beispiel für serielles Storytelling im Star Trek Universum DS9. Wie viele Staffeln haben wir auf den Dominion War gewartet, bis er wirklich ausgebrochen ist? Also da haben wir jede Staffel Titbits bekommen und dann erst ab Staffel vier oder fünf ging es richtig los. Ja, ich glaube, das erste Mal wurde das Dominion erwähnt, ich glaube, in der zweiten Staffel gibt es eine Folge, wo Quark im, Gott, war der Gamma Quadranten, Im Gamma Quadranten ist und da treffen sie auf irgendeinen Volk, mit dem sie Handel treiben und da wird dann zum ersten Mal das Dominion erwähnt, ohne dass es danach 20 Folgen lang wieder auftaucht. Ja. Ja, warum auch? Also ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum muss man den Burn überhaupt an dieser Stelle erklären? Was zwingt einen jetzt an dieser Stelle in der Serie dazu, diese Grundprämisse, die man sich selbst und das auch noch relativ, relativ zwanglos gesetzt hat, zu erklären? Das habe ich nicht verstanden. Und dann auch noch, naja, die Begründung, die sie da jetzt geboten haben, die ist ja nun an den Haaren herbeigezogen, wäre ja freundlich. Also da hätte ich wahrscheinlich auf eine vernünftigere Erklärung mit ein paar Minuten Nachdenken gekommen. Und auch da frage ich mich, warum? Nur um Saru aus der Serie rauszuschmeißen oder aus der, oder jetzt erstmal aufs Abstellgleis zu stellen, nur um nochmal die Kelpianer da irgendwie einzubringen. Alles ein bisschen, wirkt ein bisschen gezwängt und wie du sagst, Michael, ich hatte da wirklich anfangs als die Folge bei Vulkan oder jetzt der neue Name von Vulkan, schwierig zu merken. Nivar. Nivar, genau, Entschuldigung. Als auch die Folge an der Erde und Trill hatte ich wirklich noch voller Hoffnung, war ich voller Hoffnung auch jetzt, wenn ich mir die neue The Expanse Staffel ansehe. Also, dass es halt eher in so eine Richtung geht und man jetzt auch von The Expanse und auch von der neuen Star Trek-Serie, neue Star Trek-Staffel von Mandalorian ein bisschen gelernt hat und eher kleinere Geschichten erzählt und nicht immer direkt das große, ganze Universum auf dem Spiel stehen muss. Aber man hat sich für anderes entschieden. Ja, also ich denke mal, leider ist es auch so ein bisschen geschuldet, dass wir nicht mehr die klassischen 24 Folgen haben, die über das ganze Jahr verteilt werden, wie es im analogen Fernsehen war, sondern dass alles mehr oder weniger in den 13 bis 16 Folgen abgehandelt werden müssen. Und weil jede Serie es macht, ein Mysterium pro Staffel und man nicht von seinem Hero-Komplex runterkommt, ist es wahrscheinlich eine der Gründe, warum Discovery jedes Mal wirklich sich übertrumpfen muss. Aber wenn du in die Star Trek-Historie reinguckst, jetzt, wenn wir mal die neueren Serien uns angucken, also Enterprise vor allem, die Enterprise-Staffel, die bei den Fans und auch bei der Kritik am höchsten im Kurs steht, ist die letzte und die hat halt genau das nicht getan. Und da verstehe ich halt mal nicht, warum man, wenn man solche Vorbilder hat, okay, das ist jetzt auch schon wieder eine Weile her, muss man zugestehen, aber warum man nicht da mehr Anschluss sucht und dann stattdessen mehr in so eine Action-Fantasy, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, was die da machen, aber Richtung geht, ohne jetzt Action-Fantasy beleidigen zu wollen, aber dann in eine Richtung geht, ich meine, ich bin ja noch vergleichsweise jung, wenn ich so die anderen Star Trek-Fans, die ich so um mich herum kenne, sehe, aber ich kann auch nicht erkennen, dass das irgendwie ein Generationending ist, dass man jetzt irgendwie sagen kann, Ü40 steigt da aus oder so, also ich glaube, das hat einfach was mit gutem und schlechtem Storytelling zu tun. Die gucken es ja auch alle noch, die E40er, und die sind ja dann auch alle die, die dranbleiben trotzdem, dass sie sich so enttäuscht fühlen. Aber du hast recht, Enterprise hat aber auch sehr viele Kurskorrekturen gehabt. Die ersten zwei Staffeln sind überhaupt nicht gut angekommen, dann haben sie es mit der Expansion oder Expans, wie sie es da genannt haben, versucht, und dann haben sie es nochmal korrigiert in die vierte Staffel, was aber nicht mehr gereicht hat, um das Ruder rumzureißen. Ja, ich glaube, bei Enterprise hatte eher so das Problem, dass die Grund, also mich hat einfach die Grundausgangsprämisse, habe mich nicht angesprochen. Also mich interessiert eigentlich so gut wie nie, was davor war. Ich mag meine Geschichten in die Zukunft erzählt. Aber David, sag mal, wo du gerade so ein bisschen angesprochen hast, hast du in deinem Umfeld, und ich weiß, das ist natürlich jetzt anekdotische Beweisführung, aber hast du in deinem Umfeld, wie der Dominik, der das vorhin in der einen Nachricht geschrieben hat, Menschen, die wirklich jetzt durch Discovery zu Star Trek gekommen sind und die das gut finden? Oder hast du in deinem Umfeld jemand, eigentlich gar keinen, der es guckt? Oder wie ist denn so dein trackiges Umfeld? Gibt's das? Und wenn ja, wie ist denn die Meinung zu Discovery? Ja, es gibt mehrere Trackies in meinem privaten und beruflichen Umfeld. Einige von denen sehen sich durchaus auch New Trek, sage ich jetzt mal, nicht nur Discovery an. Discovery gefunden hat, glaube ich, ich weiß nicht, ob das überhaupt jemand auf der Welt hat, zu Star Trek gefunden über Discovery, weil meiner Meinung nach auch Discovery ja nur begrenzt vergleichbar mit dem restlichen Angebot von Star Trek ist. Also allein schon visuell, aber auch von der Erzählgeschwindigkeit und der Storys her. Aber in meinem Umfeld gibt es niemanden, der jetzt hurra schreit. Es gibt ein, zwei, auch jüngere Leute, muss man sagen, in meinem Arbeitsumfeld, die es solide finden. Aber auch da ist man sich eigentlich ziemlich einhältig der Meinung, dass es mit dem anderen Angebot an Sci-Fi-Serien, die es momentan so gibt, bei weitem nicht mithalten kann. Und meine Befürchtung ist, dass die Serie auch daran scheitern wird. Sie wird nicht erfolgreich genug sein langfristig, um, oder ich meine, ihr habt das ja auch schon diskutiert, sie scheint ja doch einen gewissen Erfolg zu haben, kommerziell. Ihr habt das ja im Podcast an einer oder anderen Stelle schon mal diskutiert. Chris glaubt es mir ja nicht. Was, was glaube ich dir nicht? Was glaube ich dir nicht? Dass die Serie doch durchaus einigermaßen sich finanziell lohnt. Naja, ich sag mal so, zumindest der Writers' Room kann nicht so teuer sein. Aber ich könnte mir vorstellen, dass daran die Serie am Ende auch scheitert, dass sie einfach nicht. Wirtschaftlich erfolgreich genug ist. Und dann kann man halt nur hoffen, dass das keine Auswirkungen auf das gesamte Franchise hat. Aber ich meine, ihr habt halt auch darüber gesprochen, was jetzt sonst noch alles in der Pipeline ist. Lower Decks und Konsorten. Mir graut es schon vor dieser Sektion 31 Serie. Also nachdem ich, was sie jetzt mit dem Spiegel-Universum wieder da an, in Anführungsstrichen, Vergewaltigungen getätigt haben. Ich war noch nie ein Fan vom Spiegel-Universum, egal in welcher Serie, aber hier fand ich es wirklich schmerzensgeldreif. Und mir graut es da wirklich vor der Sektion 31 Serie. Und ich habe halt die Hoffnung, dass das keine negativen Folgen für das gesamte Franchise hat. Aber das ist Kaffeesatzleserei. Ja, gut. Dann, David, vielen Dank für deinen Beitrag. Und schönen Gruß nach Bonn. Und jetzt wollen wir doch mal schauen, ob wir vielleicht noch ein oder zwei Anrufe, würde ich sagen, Michael, wenn noch jemand möchte, nehmen wir noch rein in die ganze Geschichte. Das heißt, wer von euch also noch Bock hat, dann kommt doch mal ins Wartezimmer auf nerdizismus.de slash Discord. Ich weiß, da waren gerade eben schon ein, zwei Leute drin. Ihr könnt also ruhig jetzt wieder reinkommen. Wir müssen das noch so ein bisschen üben, wie wir das hinkriegen. Aber bisher klappt das ja eigentlich ganz gut. Das heißt also, wenn noch jemand von euch Bock hat, mit uns noch eben kurz zu sprechen, dann ab ins Wartezimmer auf unserem Discord. Ja, Michael, dann frage ich dich doch mal, bis der Nächste kommt. Hast du denn in, wie sieht's denn eigentlich in deinem Umfeld aus mit Star Trek? Picard, Discovery, sagen wir mal alles. Wie sieht's denn da so mit deinem Umfeld aus? Ist jemand neu zu Discovery dazugekommen? Hm, nein, nicht unbedingt. Alle haben vorher schon mindestens Star Trek vereinzelnd geschaut. Ich glaub, Star Trek Discovery ist vielleicht auch bei meiner, zum Beispiel meiner Schwester und ihrem Mann, die gucken das auch die ganze Zeit. Ich glaub, da ist es eher so ein Phänomen, dass zumindestens bei ihr, dass die erste Serie ist, die sie so durchguckt von Star Trek. Und das vielleicht, ich weiß nicht, ob es bei ihr ein Absprungbrett ist, dann auf die anderen Serien so ungefähr. Und bei ein, zwei anderen doch. Aber viele sind halt schon mit Star Trek vertraut und haben gewisse Vorstellungen und auch gewisse Ansprüche schon an die Serie. So ganz neue, gerade erst, gerade nicht wirklich, nee. Bei dir? Nee, also, es ist auf der Arbeit ... Ja, wir sind ja zu alt. Ja, es ist auf der Arbeit kein Thema. Also wirklich nicht, ne? Picard so ein bisschen, aber ansonsten wirklich, es ist echt kein Thema. Man muss da ehrlicherweise natürlich dazu sagen, dass jetzt auch irgendwie die Expanse oder so kein Thema ist. Ich habe jetzt aber noch mal, du weißt, du magst es nicht, ich sag's trotzdem noch mal, ich hab mir trotzdem noch mal die Google-Trends gezogen, jetzt zum Finale, Discovery versus The Mandalorian, weil das ist ja nun wirklich jetzt vergleichbar. Und ich sag es dir, das wischt den Boden auf. Das ist wirklich ... Da unten ist Discovery und da oben ist Ding. So, wir haben noch einen Anrufer. Mr. Stockey. Mr. Stockey, du bist drin. Hallo, mit wem haben wir denn die Ehre? Dein Name und woher kommst du? Also, ich bin der Markus, ich komme aus Essen. Hallo, Markus aus Essen. Grüße dich. Deine Meinung oder Frage zu Discovery? Ja, mir geht's eigentlich eher so um die Diskussion, die gerade am Laufen ist, gerade bezüglich der Fans. Alte Fans, neue Fans. Ich hab hier in Essen, mach ich auch das Track-Dinner Ruhrpott. Und bei uns ist es halt so, man merkt, dass die neuen Fans dem neuen Star Trek aufgeschlossener sind als dem alten. Okay? Bitte. Ja, ja, also, mich würde mal interessieren, woran machen die das fest? Also, wenn ich die, und ich hab das ja in meinem Kommentar, New Track, eine Annäherung, kann ich auch gleich nochmal verlinken, hab ich das ja schon mal so ein bisschen klar gemacht oder mal versucht darzulegen, indem ich einfach sage, man darf ja Discovery mögen. Man darf auch PK mögen. Man kann Enterprise, alles gut, ja. Ich will ja gar niemand, oder wir wollen ja niemand dafür dissen, dass er das gut findet. Nur was ich nicht verstehe, Michael, dir geht's ja ähnlich, ist, dass man, wie man in der Lage sein kann, diese offensichtlichen, handwerklichen Fehler, wie man in der Lage sein kann, darüber hinwegzusehen. Also, ich hab's in dem Kommentar als Beispiel mal festgemacht, einem muss 2001 Odyssey im Weltraum ja nicht gefallen. Aber man kann ja nicht abstreiten, dass das ein Film ist, der Maßstäbe fürs Kino gesetzt hat. Wie ist denn so die Argumentation da bei denen, wenn du halt eben sagst, ja, aber Freunde, schau doch mal, schau doch mal. Was ich dann immer höre ist, ja, aber früher war auch alles kacke. Und da sag ich halt, ja, aber früher ist 30 Jahre her und man hat auch jetzt im Grunde genommen 30 Jahre Zeit gehabt, daraus zu lernen. Richtig. Mein Argument ist eigentlich immer eher das Storytelling. Früher hatte man einzelne abgeschlossene Episoden, mal einen Handlungsstrang über zwei Folgen. Bei Deep Space Nine fing es dann halt an, auch über mehrere Staffeln zu gehen mit einem Handlungsplot, der mal häppchenweise serviert wurde. Heutzutage gucken die Leute aber auch andere Serien. Ich sag jetzt einfach mal, Game of Thrones. Dadurch werden die Leute verwöhnt. Die haben eine Serie, wo die verpflichtet sind, weiter einzuschalten, um am Ball zu sein. Wenn die Serie catcht, gucken die die. Wenn die nicht catcht, gucken die die nicht. Und das ist aber auch das, was bei Discovery auffällt. Gerade die Leute, die bei uns relativ neu noch im Tracktender sind, die gucken die Serie, weil die wissen wollen, wie es weitergeht. Wenn man die nach der Meta fragt oder einfach mal, du hör mal, Wortkern, kannst du mir da was zu erklären? Das wissen die nicht, weil die sich damit nicht auseinandersetzen. Das wollen die aber auch nicht. Und ich glaube, genau das ist der Punkt, den die Macher auch berücksichtigen. Die wissen das, dass da viele Leute zugucken, die sich nicht damit auseinandersetzen wollen, die einfach nur gut unterhalten werden wollen. Michael Bay-Kunden halt. Okay, also die Mystery-Box ist dann wichtiger als alles andere, weil man dann wenigstens irgendwie miträtseln kann, ganz egal, wie es aufgelöst wird. Ja, es ist so ein bisschen Zwiegespalten. Ich weiß, dass zumindest in den USA sowas wie CSI und Co. noch unglaublich erfolgreich ist und das hat sein Story of the Week, weil da kann man einsteigen im analogen Fernsehen und nicht. Aber das ist natürlich, wir sind jetzt natürlich im Streaming-Bereich, wo es ums Binging geht und ganze Storys zu erfahren. Kann ja auch funktionieren. ist ja auch durchaus gut. Leider geht dann vielleicht für uns eher ältere Trekkies der gewisse Anspruch verloren, dass man eine Tiefe hat, die darüber hinausgeht, sich nicht nur einmal die Serie anzuschauen, sondern sich weiter auch mit philosophischen Themen dahinter zu beschäftigen. Richtig, sehe ich ähnlich. Also Discovery ist eigentlich eine Serie, wo ich sage, okay, ich mag das Setting, aber mir gefällt einfach nicht, wie die produzieren. Es werden halt viel zu viele Logiklöcher eingebaut, die technischen Aspekte, das, was wir Trekkies damals cool gefunden haben, dass die einfach auch mal im Maschinenraum stehen und quatschen und dann wird erklärt, wieso, weshalb, warum. Das machen die ja alles gar nicht mehr. Und das ist das, was so ein bisschen nervt, aus meiner Sicht. Aber auf der anderen Seite... Hätten denn, das wäre meine Frage, würden sie es machen, hätten die Leute die Geduld dafür, weil das ist ja eher so, das Popcorn-Kino des Star-Tracks, der, wie du gerade schon gesagt hast, der Michael Bay-Transformer des Star-Track-Universums. Hätten die Leute denn überhaupt Interesse daran, wenn es jetzt nicht von einem Weltklasse-Team wie die Leute hinter bei der Call Saul geschrieben wird? Ich denke mal schon. Ich glaube, man kann da im Vergleich, hier wurde ja eben schon genannt, The Expense nennen, weil die ist auch verdammt gut gemacht. Und sie hat es geschafft, ab Staffel 1, ich sage mal, im Grunde genommen zu liefern. Und das ist natürlich auch einer literarischen Vorlage geschuldet, okay, die ich nicht kannte, ehrlich gesagt. Ich hatte von The Expanse noch nie irgendwas gehört, bis ich dann eben bei Amazon Prime darüber gestoßen bin. Und ich habe mir auch ein bisschen schwer getan mit The Expanse. Michael, du hast mir letztens, glaube ich, gesagt, du hast schon zwei-, dreimal angefangen und bist du nicht über die ersten Folgen rausgekommen. Was ich gut verstehen kann, weil es ein bisschen, es ist echt ein bisschen zäh, wenn es losgeht. Aber diese Serie erfindet sich halt ab der dritten Staffel nochmal komplett neu. Und jetzt gucke ich das, ich gebe zu, noch ein bisschen unter, nicht so viel Aufmerksamkeit, wie es das verdient hätte. Weil ich, läuft bei mir noch so ein bisschen nebenher, okay, gebe ich zu. Aber es waren jetzt wieder zwei, drei Dinge dabei, wo ich einfach gemerkt habe, wow, du hast gerade eben drei Folgen geguckt und hast nicht einmal das Handy in der Hand gehabt. Ja, das kann ich von Discovery halt einfach nicht behaupten. Nee, da geht es mir genauso. Und ich sage mal, dafür, dass ich mich eigentlich eher als Trekkie bezeichne, bin ich aber an einem Punkt, wo ich sage, hey, Mandalorian hat mir jetzt in der zweiten Staffel besser gefallen als Discovery. Und das gibt mir persönlich dann aber auch zu denken, wo ich mir dann sage, vielleicht machen die da doch einiges falsch, was nicht ganz so toll ist. Ja, vor allem, wir hatten es schon mal gesagt, Mandalorian ist zumindest, also Mandalorian will halt auch nicht immer, das bleibt eine kleine Geschichte, hoffen wir, wir hoffen, dass es so bleibt, dass sie da nicht größer werden, aber wollen wir mal anfangen. Aber ich sage mal, was Star Trek fehlt oder was, glaube ich, Star Trek braucht, ist jetzt so ein Mandalorian. So ein Ding, hinter dem man sich jetzt wieder versammeln kann. Weil ganz ehrlich, ich würde gerne über die philosophische Frage einer Folge mit euch hier in diesem Stream, in diesem Podcast reden und nicht über Schnittfehler, wie Fix It in Post und hast du verstanden, was die damit wollten? Ich habe es nicht gerafft. Ich würde gerne mit euch und Michael, du ja auch, wir würden gerne philosophische Fragen, was würden wir tun, wenn wir davor stehen würden. Eine meiner Lieblingsfolgen, ich komme leider gerade nicht auf den Titel bei TNG. Im Fallen Mondlicht. Bitte? Im Fallen Mondlicht. Ja, die ist auch gut. Nein, aber eine meiner Lieblingsfolgen ist eine völlig unspektakuläre Folge mit Loxana Troy, wo sie auf sich in diesen Wissenschaftler verliebt von den Planeten, die sich alle mit 65 umbringen müssen. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Ja, ich weiß, welche du meinst, da spielt der, der auch bei Der bei Merschmidt spielt in Winchester. Genau, richtig. Deswegen ist mir die Folge natürlich auch ein bisschen hängen geblieben und ich habe die letztens noch mal geguckt. Das ist eine Folge, die wirst du in keinem Top Ten Ranking finden. In keinem. Ja, aber ich finde die toll, weil ich die Frage, so hypothetisch die auch ist, finde ich halt geil. Ich finde das eine geile Fragestellung. Damit kann man sich beschäftigen. Was machst du als jemand, der von außen kommt? Du musst es ja nicht an diesem rituellen Selbstmord mit 65 festmachen, sondern was gibt dir von außen das Recht, über einen anderen, eine andere Kultur zu urteilen? Das ist, finde ich, eine tolle Frage. Und so, so eine Frage habe ich in Discovery und auch in PK noch nicht eine einzige bekommen. Die wird gerne mal irgendwo reininterpretiert, hier in New Eden zum Beispiel. Ja, das hat es mal so angerissen, aber ich behaupte, das ist Zufall. Wir würden es gerne drin lesen, aber es war nie die Intention, dass das da drin ist. Richtig, das ist das, was wir Trekkies da drin sehen. Dass da was angeschnitten wird, worüber wir vielleicht nachdenken, aber das neuere Publikum, was jetzt dazu gestoßen ist, ist eher nicht, weil die gar nicht auf den Trichter da drauf kommen würden. Und dann gibt es halt diese kleinen Appetithäppchen, dann wird mal da angespielt auf die Episode, da wird mal dieses Requisit gezeigt, einfach nur um dieses Gefühl, ach, das ist doch Star Trek zu vermitteln. Aber, ne? Es ist, vielleicht ist ein ganz guter Vergleich, damit jetzt wo einer hier schreibt, der Blickrichter Substanz macht erfolgreich, vielleicht kann man Star Trek Discovery so ein bisschen mit McDonald's vergleichen. Denn, wisst ihr, wenn du auf einer Party bist, gehst du nachts mal da eben hin, weil du betrunken bist und dann irgendwann Fastfood dringend brauchst, was in deinem Gedächtnis ganz gut gewesen ist. Aber in dem Moment, wo du es schaust, ist es dann doch wieder, äh, kommt die Ernüchterung. Trotzdem bleibt im Hinterkopf, dass es irgendwie geil war, nachts nach der Party da hinzugehen und es weiterzugucken. Es ist halt das Fastfood, wo man immer mal wieder reinschaltet und dann erst später danach merkt, mh, es ist vielleicht nicht das ganz Wahre. Aber irgendwann werde ich doch wieder da hinzugehen. Auf jeden Fall. Du kannst uns noch eine Sache sagen. Sag uns was zum Track Dinner. Oh ja, stimmt, genau. Erzähl uns was zum Track Dinner. Was macht ihr denn beim Track Dinner in Corona-Zeiten? Also wir hatten jetzt letzten Samstag über Discord unser, äh, Online-Stammtisch mit 15 Leuten. Cool. Ähm, ja, anders lässt sich das ja momentan nicht bewerkstelligen. Das machen wir alle zwei Monate. Wäre jetzt kein Corona, würden wir uns halt auch alle zwei Monate treffen hier in Essen und das Ganze läuft halt unter Track Dinner Ruhrpott. Und ich weiß, einer von euch kommt, glaube ich, auch aus Düsseldorf, ne? Wir sind beide aus Düsseldorf beziehungsweise Ratingen und Düsseldorf. Kommt, wenn alles vorbei ist, mal vorbei. Ihr seid herzlich eingeladen. Das freut uns doch sehr. Wo, ähm, wo, wenn man Track Dinner Ruhrpott googelt, dann findet man alles, was man braucht. Richtig, über Facebook, äh, Discord auch, ne, ansonsten im Internet, www.track-minus, nee, trackdiner-ruhrpott.de Perfekt, alles klar. Vielen Dank und, äh, ja, ich hoffe, wir sehen uns auf jeden Fall da mal live. Dankeschön. Okay, euch auch noch einen schönen Abend. Jo, danke, ciao. Gut, letzter Aufruf, ob noch irgendjemand will. Ansonsten würde ich sagen, war das doch schon mal, Michael, ein guter Start. Ähm, äh, das hat richtig, richtig Spaß gemacht. Schreibt uns doch mal in den Chat, ob wir sowas mit den Call-In-Geschichten regelmäßig machen sollten, ähm, dass wir, äh, dass wir machen. Und wir haben ja noch, wir haben noch viel, über das wir reden müssen. Die Track Nerds müssen nicht zwangsläufig Pause machen, nur weil die nächste Show erst, wann weitergeht. Ähm, ja, wir hatten es jetzt zum Beispiel nachgeschlagen im Herbst. So Richtung Oktober wieder, Genau, Strange New Worlds im Herbst. Genau, Strange New Worlds im Herbst. Geht's dann weiter. Okay, gut, ins Wartezimmer kommt jetzt keiner mehr, es ist auch schon spät, wir haben lang genug getalkt. Ähm, Michael, vielen lieben Dank, dass du heute das hast einrichten können. Wir könnten sicherlich noch stundenlang, über Star Trek kann man immer stundenlang reden, aber ich finde, wir sollten da einfach mal ein bisschen was regelmäßigeres, was diese Call-In-Show angeht, außer wir werden uns da was überlegen. Folgt uns einfach auf den einschlägigen Social-Media-Kanälen auf Facebook, Twitter, Instagram, ähm, abonniert diesen YouTube-Kanal und die Glocke aktivieren. Heute hat's mit Twitch nicht geklappt, das weiß ich aber schon, ich hab jetzt nebenher mal kurz gegoogelt und geschaut, woran das lag. Beim nächsten Mal wird das auch auf Twitch dann sein. Wir werden perspektivisch, ähm, primär auf Twitch streamen, das heißt nicht, dass wir den YouTube-Kanal abschalten werden, sondern der Hauptstream wird aber auf Twitch sein, weil wir perspektivisch einfach auf Twitch mehr Möglichkeiten haben. Da können wir Quizze machen, da wollen wir auch ganz sicher mal ein Star Trek-Quiz machen und so weiter und dann würden wir eigentlich perspektivisch gerne den, äh, Twitch-Stream als Hauptstream nehmen, werden aber weiterhin noch einen Follow-Stream hier bei, äh, YouTube haben, das heißt, das wird sich da nicht ändern und auch alle Playlisten so bleiben, hier halten wir, schalten den auf gar keinen Fall ab. Ähm, ja, wenn euch das heute hier gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich immer über eine Review auf iTunes oder Podcast Addict und lasst uns natürlich auch da ein Abo da, das freut uns immer wieder und, ähm, es geht aber jetzt auch weiter, das heißt, die Track-Nerds machen vielleicht jetzt erstmal ein bisschen Pause, aber ihr müsst auf uns nicht verzichten, denn am Montag geht's schon weiter, da werden wir über die erste Folge von, äh, Marvels WandaVision auf Disney Plus sprechen und das wird auch eine neue Reihe bei uns werden, nämlich die Hero-Nerds, ein neuer Feed, bei dem wir dann, ähm, äh, über Loki reden, über Winter Soldier und über WandaVision, das heißt also, äh, Seriengequatsche gibt's von uns auf jeden Fall noch jede Menge, parallel zu allen, die jetzt erst in ein, zwei Wochen mit Lower Decks einsteigen, könnt ihr unsere Reviews, beziehungsweise Michael, deine Reviews ja primär, zu Lower Decks schon hören, die sind also schon im Feed, das heißt, die könnt ihr jetzt also nachhören oder beziehungsweise vorhören, Achtung, sind aber Spoiler-Reviews, müsst ihr natürlich dann mal eben, äh, noch ein bisschen schauen und wir überlegen uns auf jeden Fall, wie wir das machen können. Ich hab jetzt nicht die perfekten Recaps wie Chris da mit drin, aber ich hab einen ebenso amüsanten Kompagnon mit Jan von mündliche Prüfung, mit dem ich über alles da geredet hab, was Lower Decks und Cartoon-Serien angegen, äh, vielleicht nicht immer so korrekt, als wenn ich jetzt im Hintergrund von Chris korrigiert worden wäre, aber hört doch mal rein. Ja, auf jeden Fall und dann sehen wir uns nächsten Montag, 21 Uhr, wieder hier, wenn wir über Wanderwischen reden. Wir hoffen, viele von euch schalten ein, ich weiß, das wird nicht so ganz so, äh, viel los sein, wie, bei jetzt hier den Track-Geschichten, aber die Track-Nerds bleiben euch erhalten und wir haben auch eine neue Folge Nerdizismus, nämlich unseren Jahresrückblick. Der geht auch noch mal fast zwei Stunden, also zur Zeit haben wir so diese langen Streams, normalerweise machen wir das ja ist eigentlich ja gar nicht so lange, sind wir immer mit einer Stunde durch, heute war wirklich mal lange gemacht, aber auch dieser Jahresrückblick mit allen Nerdizisten, mit dem Forever Nerd Girl, mit Lea, mit Jenny und mit Yavanna, alle geben ihre Serientipps noch mal preis, äh, was sie 2020 geguckt haben und, äh, das lohnt sich auf jeden Fall, da noch mal reinzuhören. Vielen lieben Dank euch an den Chat, dass ihr mal wieder so sensationell mitgemacht habt. Ich muss mal ganz ehrlich sagen, Michael, ich lasse dir das jetzt auch noch mal, ähm, dass wir hier innerhalb von wenigen Wochen vor 30, 40 Leuten permanent streamen, ist toll, das ist sensationell. Da, da, da machen andere, ömmeln da zwei Jahre rum und haben fünf Leute. Ganz, 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 ganz großen Dank an euch, die ihr da draußen seid, dass ihr montags immer einschaltet, das, also mir macht das megamäßig viel Spaß. Ich glaube, das hat heute auch mit dem Call-In schon mal ganz gut geklappt. Wir werden gucken, dass wir das da noch ein bisschen besser regeln, nämlich, dass die Leute, die im Wartezimmer sind, dann den Stream auch noch hören. Das macht es ein bisschen einfacher. Ähm, ich habe auch gesehen, dass noch drei, vier Leute im Wartezimmer waren und wieder rausgegangen sind. Da werden wir noch ein bisschen am Timing arbeiten, aber fürs erste Mal, glaube ich, war das ganz okay und, ähm, von daher, äh, vielen lieben Dank nochmal und, äh, dann würde ich sagen, Michael, äh, schön, dass du wieder mit dabei warst. Ich hoffe, du, äh, kannst trotzdem jetzt noch halbwegs gut schlafen und, äh, es war jetzt nicht allzu spät für dich und dann würde ich sagen, dann hören wir uns spätestens in einer Woche wieder. Jo, bis dann. Danke auch. Wie, wie gesagt, mir macht es auch viel Spaß. Danke an alle, die dabei sind. Äh, äh, das können wir wiederholen. Ich kriege dann vielleicht auch so ein paar Probleme, wenn es immer so lange geht, aber ich hab's Spaß. Jo, bis dann. Ciao. Eine Produktion des Podcast-Imperiums.